Musik Musik Oh, Leine, möchtest du ein Picks? Möchtest du ein Picks? Wenn es Kekse gibt, dann sind die zwei wie Julia. Kekse! Oh ja, ich bin Kekse! Hallo erst mal, willkommen bei der absoluten Eskalation auf Twitch. Ganz kleinen Augenblick, ich bin sofort wieder da. Kekse! Gibst du mir die Kekse?! Zum, 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 zum! Hallo? Du musst dir deine Augen zeigen. Nein! Du musst sich in dieser Kamera sehen. Toll! Ich kann am Stückchenblick auflegen. Ich muss weg, ich hab noch Burst im Augenblick. Ich glaube nicht, du hast verantworten. Zum Jecken, die wir widmen, wollten wir erst mal ein bisschen Spaß mit Vögeln haben. Äh, also mit... Ich, ich laufe es einfach. Ich laufe es einfach. Ich mag den auch überhaupt. Ich glaube den auch, weil er so einen Charakter entwickelt hat. Oder eine Landschaft oder eine Szenerie oder so gar eine Geschichte. Habe ich halt immer etwas Freude machen. Wie ne Rakete jetzt in... Ja. Ich hab ne Beule. So, weiter zu den Möpsen. Ich werde definitiv die Möpsen nochmal auspacken. Heute mit Background-Vögeln, genau. Es war schön. Okay, alles klar. Sorry, sorry. Okay, Vogel Nummer 1 ist verschwunden. Der Popo kommt raus. Das ist Suis Lieblingsplatz. Ja, hallo. Ja. Hallo, Sui. Ja, andere Leute haben ein Mikrofon. Ich spreche in meinen Vogel. Bitter Bits. Du hattest Skorpionen zum Mittagessen. Ja, das ist ja lecker. Gar nicht. Ich werde hier wahnsinnig. Warum bin ich in der Anstalt. Warum bin ich in der Anstalt? Warum bin ich in der Anstalt? Ja. 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 Ohne Dachpappe oder etwas in der Art kann ich das Dach nicht flicken. Ich habe Flecken gesagt, ne? Ich habe Flecken gesagt. Das war Flecken. Scheiße. Das glaube ich nicht, Tim. Geschafft. Ich muss mal was trinken. Oh Gott, ich habe noch Nüsse im BH. Von den Vögel. Nicht wundern Otto, sie hat Krümel im Haar. Huch gehabt. Und durch meinen Kopf schoss dann nur so... Upsi. Ähm, ja. Schoss dann nur so ein Yoshi in einem Thanos-Kuss. Ich geh mal kurz meinen Vogel holen. Macht ja... M-S Niveau. Wir sinken! Ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Schiff Tee. Schiff Tee. Was? Das klang jetzt so. Wir müssen immer noch. Sorry. Ich bin die Goofy. Nein. Nein. Dieser Mops wird kein leichter sein, dieser Mops wird steinig und schwer. Oh, ja. Danke. Du, das kettet. Das zeigt den Bildausschnitt, den ich gerade oben habe. Oh ja, ab und ab sehen Sie auch mal. Ich höre dabei nicht... Musik. Das würdest du zu einem kleinen Bumserchen sagen. Hallo, kleines Bumserchen. Oh mein Gott, das nimmt kein Ende. Mütterchen, du hast drei Wünsche frei. Das Mütterchen sagt... Ich habe gedacht, da gibt es eine fette, fette, fette Fate. Ich... Au! Au! Puh! 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 Verdammt! Mikro warnt! Entschuldigung! Meine Güte, jetzt kommt Besuch! Vielen herzlichen Dank für dein... Der Vogel hat mit's Auge gerotzt! Genießt! Gibt es einen Titel? Jaa! Ahh! Jaaa! Jaaa! Was war das so? Guten Tag. Willkommen bei Juli Luat. Fühlen Sie sich wohl? Haben Sie Spaß bei aberwitzigen und bunten Streams? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Überregional-Stream von Langweilen an der Öd, nach Frosenen über Quatschstädt und Flachwitzenhausen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Und damit einen guten Mittag, liebe Gummi-Unity. Schön, dass ihr schon alle eingeschaltet habt. Heute zu etwas späterer Stunde, ja. Aber noch scheint die Sonne. Also ganz so spät ist es nicht. Ach, schön, dass ihr schön alle da seid. Moin, moin. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ihr habt die geister Zeit gestern gut überstanden. Ich habe so lange gebraucht, bis ich erstmal wieder eingeschlafen bin. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen was geträumt, aber ich habe den Großteil schon wieder vergessen. Ich bin deswegen aber auch nicht traurig. Oh mein Gott. So, die Musik läuft. Warten wir uns mal ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, die ist bei euch in einer angenehmen Lautstärke zu vernehmen. Dass sie nicht so störend ist. So, dann fange ich mal an zu begrüßen. Jack McCracken. Moin, moin. Ja, es geht wieder los. Martin, liebe Minne. Jess Madmaid. Samba Schnitzel. Nico, Astrein. Morgi. Unnötig Episch. Milchjo. Bart Spencer. Lana the Great. Und Indiana. Und natürlich Streuner Shan. Moin. Schön, dass sie eingeschaltet haben wieder. Dass wir hier alle so es gerade so aus dem Bett geschafft haben heute. Aber wir haben gute Neuigkeiten. Es ist Freitag. It's Friday. Und das bedeutet nur eins. Das Wochenende ist in greifbar. Und wird auch so schnell nicht wieder gehen. Oh, warte mal. Ich muss mal klein bisschen tiefer. Tiefer. Tja. Damit der Banjo hier auch ordentlich draufpasst. Gell? Der Banjo. Banjo, Banjo. Oh, und heute ist Premiere. Wir streamen heute nämlich mal mit 1080p. Ich bin mal sehr gespannt, ob das hält. Bis jetzt läuft es eigentlich stabil. Hoffentlich. Hoffentlich doch. Nächste Woche muss ich wieder in die Kita. Ja, Morgi. Das ist so blöd. Und Halle ich Ihnen Grüße. 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 Ich habe durchgemacht, weil ich gestern um 18 Uhr ein Ge... Was? Oh, okay. Oh je. Oh je, wie ne. So. Ich kann euch ja mal einen kleinen Überblick geben, was wir heute machen wollen. Und zwar möchte ich sehr gerne mit euch das David Bowie Gumihun anfangen, damit ich jetzt erstmal vier Sub-Badges habe und damit das ist auch erstmal Ruhe. Bis ich erstmal wieder neue einstellen kann, vergeht noch ein bisschen Zeit, weil wir können ja bis zu acht Jahre einstellen und ich streame ja noch gar nicht so lange. Deswegen macht es da gar keinen Sinn, noch mehr zu machen. Aber dass wir dann erstmal so die ersten vier haben, ich glaube, das ist ganz gut. Die ersten sind auch schon eingestellt und ich hoffe, sie funktionieren auch. Und... Hallo, Sie. Möchten Sie eine Radigose gewinnen? Einen ficken Schreck? Eine Jamil-Haarkacke? Oder eine kollige Mordhose? Nur zur Zirkeit. Aktionswochen bei Kentucky schreit Fiepen. Und guten Morgen, Elschwiese. Schön, dass du reinschaust. Acht Jahre, genau, man kann acht Jahre, quasi für acht Jahre mit halbjährlichen Schritten, das glaube ich nicht, Tim, kann man die Sub-Badges einstellen. Also sprich, das geht eineinhalb Jahre, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, dreieinhalb Jahre und so weiter und so fort. Und ja, für alle, die noch nicht mitbekommen haben, ich habe ja die, das Sailor-Huhen fertiggestellt und guten Morgen, Seven. Moin, Moin, schön, dass du reinschaust. Das Sailor-Huhen ist fertig. Ich werde es euch jetzt natürlich präsentieren. Tada! Das ist das Sailor-Huhen. Moin. Das ist das Sub-Badge für zwei Jahre oder zweieinhalb. Also wir haben ja erst den silbernen Papageienkopf, dann haben wir den goldenen Papageienkopf, dann kommt das Betthuhn, dann kommt Obel-Huhenix und dann kommt Sailor-Huhen. Du planst also schon mal bis zur Rente. Naja, in acht Jahren gehe ich ja noch nicht zur Rente, um Gottes Willen. So alt bin ich ja dann doch nicht. Dann bin ich gerade mal Mitte 40. Wie geil, ja! Und Hallöchen Jan, Moin! Ich dachte, Sailor-Huhen wäre ein segelnder Mond. Es ist so hübsch, ich werde nur für dieses Fetch-Sappen. Oh, Morgi! Oh! Das freut mich, dass es gefällt. Oh, ich sehe da gerade noch ein Fehlerchen. Oh, oh! Oh, oh! Hier bei den Wimpern, da sehe ich gerade einen voll fetten Fehler. Oh no! Oh no! Das muss ich mal schnell noch hier die Wimpern, ne? Mann, Mann, Mann! Schlampig! Schlampig gearbeitet wieder! Aber ich glaube, ähm, die kleinen Bitches, da kennst du das sowieso nicht mehr. Da kennst du das sowieso nicht mehr. So, und heute würde ich, wie gesagt, David Bowie mit euch anfangen und dann widmen wir uns mal wieder den Anna und Tommy Themen. Oh, ich weiß noch gar nicht, was wir da machen sollen. Vielleicht habt ihr ja selber Vorschläge. Wir können vielleicht Licht und Schatten nochmal üben. Wir können uns ja auch um so ein paar Beispielfotos schnappen und auch mal wieder Hintergründe zeichnen üben. Das wäre eigentlich auch mal wieder ganz important, dass ich so ein bisschen vernachlässigt hier. Dann haben wir die nächsten drei Jahre nichts mit den Millionen aus den Twitch. Ach, Quatsch! Nie im Leben, Jan! Nie im Leben, Jan! und er ist echt nicht im Creative-Bereich. Danke, Monitor. Mein Monitor wurde gerade schwarz. So, genau. Und bei David Bowie habe ich mir überlegt, er hatte ja viele, viele coole Kostüme beziehungsweise Make-up-Varianten und ich würde gerne die Make-up-Variante von Live on Mars nehmen. Ist das ein Fukuhila? Ja, ne? Also hier, ich zeige euch das mal. Ja, da, diese Variante, die möchte ich gern als Gummihuhn eintüdeln. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Im Outphasen. Im Outphasen. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich das so beibehalte mit dem Spielen. Auf jeden Fall. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Man soll ja als Streamer eher bei einem Spiel bleiben, aber für mich wird das sehr, sehr schnell langweilig, wenn ich nur bei einem Spiel bleibe. Also ich könnte jetzt nicht zwölf Wochen lang nur Phasmophobia spielen oder, keine Ahnung, Among Us oder so. Das ist halt echt blöd. Und wechselst du das Spiel häufig, ist das auch schlecht für die Zuschauerschaft. Also dieser, also der Kern bleibt zwar erhalten, aber gestern war zum Beispiel auch ganz, ganz wenig los. Gestern war ein komischer Tag, aber wir hatten so viel Spaß. Oh mein Gott. Und die Clips, die entstanden sind, herrlich. Genau. Und guten Morgen, Nico. Und danke schön nochmal für deine Antwort. Ich habe das wieder auf 6000 hochgestellt, die Betrate. Danke dafür. Spiele müssen Spaß machen, ganz genau. Ich würde auf jeden Fall mit euch noch gerne, ähm, äh, Fall Guys spielen. weil Fall Guys verkümmert bei mir ja schon fast. So, ich würde gerne irgendwie so einen, so einen singenden Gummihuhnmund machen. Wie machen wir das? Hm. Guck mal, Sui ist weggeflogen. Sui findet es nicht mehr schön hier, Banjo. Ist voll fett, ne? Mit 1080. Und das läuft einigermaßen stabil. Gut, dass ich jetzt kein Spiel streame. Ich glaube aber, dadurch, dass es ein Gaming-Abend ja aber special ist, würde ich mich nicht so festlegen, was das Game angeht. Ja, ich denke auch, Morgi. Es ist ja auch nur einmal die Woche. Und guten Morgen, TK-Rabe. Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht es gut. Du hattest eine gute Nacht und einen guten Start in den Wochenendfreitag. So, wie machen wir jetzt den Mund ein bisschen singend? Das ist echt schwierig. Game Streams sind ja auch schwieriger. Hm. Ja. Sui, guck mal. Guck mal, Taschenlämmchen. Komm her. Ja, Taschenlämmchen ist da. Das ist ein Taschenlämmchen. Das magst du so sehr, gell? Und tschüss. Bye, bye, Sui. Mach es dir gemütlich. Aber nicht so viele Löcher in die Drohose fressen, bitte. Danke. Mir geht es gut. Ich hoffe, dir und deinen Beinsüßen auch. Ja, auf jeden Fall, TK-Rabe. Ich freue mich sehr aufs Wochenende. Endlich weiter Mass Effect spielen. Ich habe da jetzt schon so viel Zeit reingesteckt und da wird noch viel mehr Zeit reingesteckt. Wie machen wir jetzt den Mund ein bisschen singhafter? Oh Gott, was ist denn das für ein Wort? Warte mal, ich habe eine Idee. Und guten Morgen, Lexi. Hi. Heute mal nicht aus dem Büro, sondern aus dem Urlaub. Oh, das klingt sehr, sehr cool. Das freut mich, Lexi. Und ich hoffe, du genießt deinen Urlaub. Als Gamespeamer muss man immer am Trend der Zeit sein. Ja, man kann doch kein Game spielen, schon ein Monat alt ist. Boah, ist es schlimm, oder? Ja, und damit Hallöchen, Mel. Guten Morgen. Ach, der schwarz-weiße Butler steht hier einfach so hervorragend. Die Haare sind unglaublich detailliert auf Fullscreen. Uuuuuh. Uuuuh. Wollen wir mal groß machen? Also, das ist echt heftig, ne? Boah. Und auch der Vogel, ne? Das ist echt krass. Ja. Da müsste man dann hier... Boah, guckt euch mal die Quali an. Das ist schon echt ein krasser Unterschied. Also, das ist jetzt auch das erste Mal, war das hier mit 1080p-Stream. Binjo, guck mal. Da. Guck mal, wie gut du zu sehen bist. Komm her, mein Süßer. Komm her. Boah. Guck mal, eine Begrüßung. Oh, das hat er doch gewusst hier. Dankeschön. Dankeschön, mein Süßer. Man sieht ihren Begrüßung. Sonnengebräunt. Ähm, ich habe gestern eine süße Nachricht bekommen. Voll süß können kleine Kinder sein. Ich selbst für keine Vorwochen war ich mit der Schwester jetzt ein Bierchen, die Salzbrunnen zuerst mal noch was wollen. Vergessen, wenn ihr an der Tochter und Freunde gefragt habt, sich so erkannt hat. Der Koko. Oh, wie süß, Minne. Hätte ich, äh, nicht schon mal in echt gesehen, hätte ich sie nicht wiedererkannt. Jan. Du alte Butter, Jan. Du bist etwas neidisch. Warum? Gleich mal ne runde Posen. Ja, ne, als wenn das gewusst hätte. Hallo, liebe Liebende. Oh, sie hat mich in die Kamera. Jetzt muss ich hier aber mal ordentlich mein Flügel zur Schau stellen. Ach, es ist so schön. Sogar in dieser Zoom-Stufe, also ich habe hier jetzt ein bisschen reingezoomt, ist es immer noch so ein klares Bild. Wenn rausgezoomt ist, ist das Bild noch mal einiges krasser. Das ist heftig. Aber das mache ich mal, wenn ich ein anderes Overlay habe. Ich bin ja am überlegen, ob ich mir ein Art-Stream-Overlay bastle, wo so ein Drittel von dem Bild die Cam ist und zwei Drittel dann der Art-Bereich. Das wäre eigentlich auch cool. Du streamst mit Handy-Kamera? Oh. Aber du, die Handy-Kamera sind gar nicht mal so schlecht. Also ich glaube, meine Handy-Kamera würde ein besseres Bild übertragen als meine Logitech. Und guten Morgen, Steffi! What? Wieso hast du noch kein Aus... Äh, kein Aus... Kein... Ich habe so viel Phasmophobie ja gespielt. Warum hast du noch keinen Ausschlag, ey? Meine EMF reagiert auf Otterloon. Du kriegst es erst mal von mir. Oh, wir bräuchten... Äh, Steffi, sag mal, hast du vielleicht einen Otter-Sound für mich? Ansonsten muss ich mir einen raussuchen. Für dich würde, glaube ich, ein Otter-Sound gut passen. Oder hast du mir schon einen persönlichen Begrüßungs-Sound geschickt? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe da wohl gar keinen Durchblick mehr. Weil jeder bekommt hier von mir eine persönliche Begrüßung, wenn er was schreibt. Wenn ihr lurkt, bleibt ihr lurker. Also macht euch da keinen Kopf. Ihr... Die lurker dürfen hier lurker bleiben. Das ist mir ganz wichtig. Ich will hier niemanden aus seinem Lörr kreißen. Ähm... So. Dann machen wir erst mal den Shoutout fertig für Steffi. Hört ihr eigentlich Musik, ihr Lieben? Ich höre bei mir ganz wenig nur. Es ist immer total schwierig, die Musik anzuschätzen. So, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Sound für Steffi. Stimmt, ich wollte hier noch einen Sound machen. Habe ich voll vergessen. Ist nicht schlimm. Reiß mir einfach nach. Das wäre super lieb. Dann kriegst du jetzt erst mal... Oh, ich weiß gar nicht. Einen Otto Sound habe ich jetzt, glaube ich, nicht hier. Das wäre... Das wäre wirklich ein enormer, krasser Zufall. Dann kriegst du jetzt für mich erst... Kriegst du jetzt von mir erst mal... Oh, ich weiß es gar nicht. Kriegst du erst mal... Boah. Boah. Ich finde jetzt erst mal nichts Besseres. Boah. Oh mein Gott. Naja, gut. Die Musik ist da, super. Dankeschön für die Rückmeldung. Ich habe jetzt eine Alpha... Sony Alpha 6300. Dieselbe, die auch die liebe Josie hat. Und die hat mir auch unglaublich geholfen bei der Entscheidungsfindung. Ich wollte mir erst die 5100er holen. Da habe ich mir gedacht, nein, du machst gleich Nägel mit Köppen. Du holst sie dann gleich irgendwie, damit du jetzt erst mal auch ein paar Monate und Jahre Ruhe hast, eine bessere. Und dann habe ich aber geguckt, was die neuwertig kostet. Huiuiuiuiuiui. Ja. Ich glaube, das mache ich doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Und dann habe ich die aber bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. Gebraucht. für 490 Euro. Und das hat super gut geklappt. Ich habe mich dann getroffen mit demjenigen, der die verkauft hat und habe die getestet. Boah, der ist einmal frei. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, die riecht ein bisschen nach Nikotin. Also es war wohl ein Raucherhaushalt. Ah, das habe ich da aber nicht festgestellt, weil ich kann mich ja da draußen nicht hinstellen. Ich möchte so 50 Euro weniger, weil die nach Nikotin riecht. Aber ich kann nicht meckern. Für 490 und die wurde ganz, ganz wenig benutzt und den Eindruck machte sie auch, die Kamera. Die ist wirklich ganz hochwertig. Und ich bin super, super, super glücklich und happy damit. Und Hallöchen, Cheflis. Moin. Das Smiley mit der Schlafmütze. Dachte, ich hätte eine Tastatur dabei. Ist das ein Kopfkissen für... Prima Preis für die 6300. Alles gut gelaufen. Ja, auf jeden Fall. Das geht wieder weg. Und sogar mit einer Tasche. Und eine richtig gute Speicherkarte habe ich jetzt auch. Also es kann jetzt auch bald mit dem Fotografieren losgehen. Weil ich wollte auch eine gute Kamera auch mal für... Fürs... Fürs Telefonieren. Jetzt habe ich gerade Otter Lunds Nachricht gelesen. Ich brauche eine gute Kamera fürs Telefonieren. Genau. Hallo. Oh, warte mal. Der ISO ist so falsch eingestellt. So. Du, da bin ich wieder. Oh mein Gott. Da ging es mir wieder, wird das gebraucht. Aber total neuwertig. Ja, ne? Man hat auch Glück. Und ich habe aber auch lange gewartet. Und ich habe lange geschaut. Und manchmal zahlt es sich aus, geduldig zu sein. Ich telefoniere mit Systemkameras. Ja, das ist mein krankes Hobby. Aber... So, jetzt wollte ich einen singenden Gummihuhn-Mund machen. Ah. Und ab nächste Woche kann ich euch schon mal sagen, gibt es einen neuen Befehl. Der wird Gummi-Hunity heißen. Weil, ähm... Ich bin jetzt gestern, vorgestern habe ich mich dazu entschlossen, euch, die wundervollste und wunderbarste Community aller Zeiten einfach Gummi-Hunity zu nennen. Das passt einfach so herrlich. Und da möchte ich dann auch was kleines basteln zu am morgigen Tag. Ausrufezeichen Befehl. Ähm... Jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie so ein... ähm... singenden Mund machen. Oh Gott, ich muss die Musik mal bei mir lauter machen. Ich höre fast gar nicht. Können wir auch den Mund so ein bisschen lippenartig machen? Warte, wisst ihr, dass der da halt so ein bisschen singend aussieht? Ja, ich glaube, das könnte gut werden. Oh... Oh... Das ist mal... Ich möchte halt wirklich, dass jedes Gummi-Huhn individuell aussieht. Und vielleicht können wir ja mit einigen sogar noch Mörch... Mörch machen. Mörchendise. Das sieht jetzt schon so schön bescheuert aus. Was ist Telefonieren? Das ist dieser komische Vorgang, wo man ein Apparat in die Hand nimmt, an die Ohren hält und an das andere Ende unten rein spricht. Ich, ähm... bin, was Telefonieren angeht, auch nicht so... Nee. Ich mochte noch nie so gern telefonieren. Ähm... Selbst behinder Familie nicht. Das ist... Das ist... Ja, das ist eigentlich echt eine Schande. Ähm... Ich rufe natürlich meine Oma an, weil das ist ja momentan der einzige Weg, um mit meiner Oma zu reden. Und ich... Ich mag... Ich liebe meine Oma. Ähm... Aber ansonsten... Boah... Telefonieren echt... Am besten vermeiden, wenn es geht. Oh Gott. Oder sieht das ein bisschen crazy aus? Wenn das... Wenn das Gummihuhn plötzlich... Wenn das Gummihuhn jetzt plötzlich Zähne bekommt... Ach, ist mir jetzt egal. Ein Ohovenhuhn? Ich bin voll der Telefonfreak. Ja, entweder man liebt es oder man hasst es, ne? Aber ich bin ja sowieso nicht so der geselligste Mensch. Deswegen passt das auch ganz gut. Ähm... Hilfe. Auf meinem Telefon ist ein grüner und ein roter Kreis aufgetaut. Und es macht Lärm. Oh, oh, Martin. Schmeiß es ganz schnell in den Müll. Gummihuhn mit Zähnen hat aber auch schon was ganz Besonderes. Ja. Und Hallöchen, Metoaster. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal. Wir müssen jetzt einfach unseren Impulsen freien Lauf lassen. Wird schon gut gehen. Oh, und der Fukuhila. Ja, der wird auch interessant werden. Ob ich kriege ich den hin? Ähm, ich glaube, den mache ich auf eine extra Ebene. Machen wir erst mal die Augen. Die Augen sind erst mal nichts Besonderes. Da werde ich dann vor allen Dingen durch das Make-up, ähm, das erkenntlich machen. Machen wir die Augen erst mal ganz normal, würde ich sagen. Ohne große Veränderungen. So. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst vor den Haaren. Ich habe überlegt, noch ein Mikrofon dazu zu zeichnen. Aber ich glaube, ich glaube, das wird nichts. Erstmal mache ich alles, was ich brauche. Das Wichtigste halt, ne? Wollen wir noch so den Ansatz von dem Kragen? Der hat ja so einen komischen Anzug, ne? Und einen, 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 einen Schlips hat er auch. Er hat ja so einen Blazer, ne? So ein, äh, so ein, so ein 80er Jahre. Oh mein Gott, das sieht so furchtbar aus. Das sieht, das sieht so verstörend aus. Jetzt kommt Besuch. Die Franzi. Vielen lieben herzlichen Dank für deinen Raid. Und herzlich willkommen, ihr Lieben, an diesem wundervollen Sam... Freitag. Oh man, Wochentage ist... Ich glaube, ich werde mich nie mit Wochentagen anfreunden. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream und einen guten Start in den Freitag. Schön, dass ihr alle da seid. Macht es euch ganz gemütlich und... Lasst es euch gut gehen. Mit fortzüglicher Hochachtung begrüße ich sie in dieser illustren Runde. Und wenn ihr so ein Headset-Mikro bekommt... Ein Headset-Mikro? Meine Katze wieder. Hallöchen, Kissenstern. Moin. Wir zeichnen gerade einen Gummihuhn mit David Bowie-Kostüm. Wir haben auf diesem Kanal ab und an mal das Thema Gummihühler. Fällt vielleicht ganz wenig auf. Und ich bin gerade dabei, an meinem Sub-Badge zu arbeiten. Und ich habe momentan ein Gummihuhn im Obelix-Stil. Ein Gummihuhn im Batman-Stil. Ein Sailor Moon Gummihuhn. Und jetzt sind wir gerade beim David Bowie. Samstag, nein! Ich will doch nicht den Freitag genießen. Nein, nein. Der Freitag bleibt. Und jetzt versuche ich gerade diesen Fukuhila. Oh mein Gott, ich habe Respekt. Ich habe Respekt vor diesem Fukuhila. Okay, mal gucken. Also, wenn ein Gummihuhn ein Mensch wäre, wäre hier das Ohr. Oh mein Gott. Würde ein Gummihuhn denn mit Ohr aussehen? Oh shit. Nein, das machen wir lieber weg. Also, auf jeden Fall müssen hier die... Ich habe halt so Bammel, dass man die dann nicht als David Bowie erkennen kann. Wenn nicht, dann kommt er weg. Dann machen wir da ein anderes hin. Und Hallöchen Gottmund. Guten Morgen. Beziehungsweise guten Mittag. Wir haben ja schon wieder so spät. Also, Wochentage und Uhrzeiten... Das wird einfach nie was. Das wird einfach nie was. Willkommen zurück, Steffi. Und Hallöchen, die Franzi. Irgendwie sehe ich die Julia noch nicht, falls sie mir irgendwas gesagt hat. Wie, du siehst mich nicht. Mick Jagger. Nein, David Bowie. David Bowie soll das werden. Ja, das lassen wir mit dem Ohr. Augenlischke. Morgen. Bekommt der David Bowie-Hund noch das Ziggy Stardust-Make-up. Genau. Ich hoffe, dass man das dann besser erkennen kann. Warte mal, Fukuhila ist ja... Warte mal, ich nehme mal eine neue Ebene, glaube ich, für den Fukuhila. Für oben das. Genau. Wieso male ich jetzt nicht mehr? Was ist hier los? Moment. Ach ja. Ich sehe schon. Das Make-up hatte ich auch gerade im Kopf. Oh, super. Genau das soll das Gummihund bekommen. Weil das ist mit meinem Lieblings-Make-up. Und es ist auch eins meiner Lieblings-David Bowie-Lieder. Das ist einfach so toll. Ich würde es jetzt so gerne abspielen, aber das dürfen wir jetzt nicht. Genau. Metallic-Blau. Ja. So ist der Plan. Oh nein. Steffi, du sollst doch keinen Stress haben. Es reicht nicht an einem Freitag. Brücke an Käpt'n. Es kommt eine Nachricht herein. Riesa. Hallöchen. Einen schönen Mittag wünsche ich dir. Einen schönen Freitag-Mittag. Joa, Mäuschen. Komm mal her. Ja. Mein zweiter Vogel möchte gerade ein bisschen Aufmerksamkeit. Oh. Ich wünschte, ihr könntet das jetzt sehen. Das ist so niedlich. So, ihr liegt gerade wie eine kleine Katze auf meinem Schoß. Morgi, wie sieht's denn aus? Wann wollen wir denn die neue Season einläuten? Wollen wir das heute am späten Nachmittag machen? Oder morgen vielleicht? Also ich hätte heute Morgen auf jeden Fall noch Zeit und Lust dazu. Na, wenn das mal seine erste Steuer verstehen muss, geht das nicht ohne Stress? Oh nein. Oh, Steffi, das ist ein ganz, ganz übles Thema. Ich habe damit jetzt auch, auch wenn ich schon Steuererklärungen seit 2012 mache. Es wird mit jedem Jahr komplizierter und furchtbarer. Ah, super, cool. Dann lass uns das mal spontan dann einfach mal so festlegen. Wie mache ich denn am besten diesen... Oh Gott. Ich steinige mich jetzt nicht, wenn das nichts wird. Das ist mein erster Fukuhila, den ich zeichne. Oh, ist das süß. Jetzt spielt sie mit meinem Schallschraubenzieheranhänger. Du bist so eine niedliche. Du bist so eine niedliche. Komm her. Ach, eigentlich ganz gut. Ich bekomme gut was wieder. Aber bis ich mal verstanden hatte, ist ja auch schon Kopfweh. Ja, ich habe zum Beispiel noch nicht verstanden, wo ich meine Ausgaben eintrage. Das habe ich bisher nie so wirklich... in Angriff genommen. Eckenhaft. Bäh, Steuer, Pfui, ja. Und ich habe auch noch... Ich habe noch nicht so die krassen Einnahmen, dass ich mir jetzt auch einen Steuerberater leisten könnte, der das für mich macht. Deswegen... Oh Gott, wie sieht das denn aus? Ein geplatztes Sofakissen. Aber ich glaube, das muss so, ne? Warte mal, ich versuche hier mal noch so ein paar Strähnen rüber... Oh mein Gott. Oh la la la. Graf flatula. Oh la la la. Oh la la la. und damit einen schönen Mittag dir Sephira und vielen herzlichen Dank für deinen dreimonatigen Visab darüber freue ich mich sehr vielen, vielen lieben Dank und Nierwolf, Hallöchen ja Nierwolf, du kannst wieder stream gucken, das ist fantastisch bei Sephira könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen ein ganz, 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 ganz toller Artist warte mal guck mal, ich jetzt auch mal den damit ich das nicht wieder vergesse Fuchs mit Zopf, oh ja sehr, sehr sehenswert wie ich Ausgaben angebe, ist mir noch schleierhaft aber irgendwann verstehe ich das auch noch ja, man muss ja man muss ja dann nochmal Steuerrecht oder sowas studieren, um da einigermaßen die Steuererklärung vernünftig machen zu können, ne das ist wirklich Wahnsinn Himmel so so so, Moment ähm bim, bim, bim dum, 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 dum so kann sein, dass der Shoutout jetzt nochmal kommt nicht erschrecken, ne ich hab das jetzt gerade eingestellt ähm, ich muss mal gucken hört Fuchs, rennt hin ja, der ist echt schön geworden der ist sehr schön geworden die Franzi, mach's gut einen schönen Freitag wünsche ich dir noch und ein ganz tolles Wochenende lass es dir gut gehen und bleib gesund vor allen Dingen und hallöche Lakimus moin so ähm vor allen Dingen das mit oh mein Gott der Fokuhila Himmel, 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 Himmel der ist falsch der ist so falsch, der Fokuhila ich muss nochmal mich da dran setzen das sieht das sieht nicht vernünftig aus das muss irgendwie wir müssen da ein bisschen drehen und schrauben und werkeln und tun aber er sollte nee, der muss höher weil er darf nicht so viel von dem Make-up dann verdecken weil sonst sieht man das Metallic Blau nicht so schön ich glaube so ist okay so sieht das ein bisschen besser aus ja geil, guckt mal das wird doch das wird ich glaube das wird mein erstes Gummihuhn was was erstmal so richtig Haare bekommt evil yummy hallöchen aber irgendwie bin ich gestern immer noch nicht fertig geworden mit dem Dude ach du gut Ding will Weiler haben da darf man sich nicht stressen glaub mir man es dauert wie es dauert so das sieht ein bisschen aus wie ein Nest ne könnte hier oben noch so ein Gummihuhnkücken sitzen aber dann kann ich wenigstens das von meiner das wollte ich schon immer mal zeichnen Liste streichen ein Fukuhila Gummihuhn ist ja auch nicht etwas was man alle Tage zeichnet also das machen wir hier so rein so 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 oh ich darf mein Tee nicht schon wieder vergessen sonst wird da wieder kalt oh da bin ich mal gespannt ob ich irgendwo einen schönen Otter Sound finde dann kann ich das nämlich gleich für die Steffi einstellen so das ist Klamotter hier immer noch ein paar kleine Pickelchen was hat er denn für Augen oh die Augen sind ja auch sehr speziell wenn man dir ein Weihnachts Fresspaket schickt darfst du sowas im Stream auspacken oder musst du die Marken verdecken das ist eine gute Frage Mel ich glaube wenn ich das kennzeichnen würde mit ähm enthält unbezahlte Werbung dann müsste das gehen dann wäre ich fein raus glaube ich ja ich glaube das müsste ich dann irgendwo hinschreiben ihr wollt Mahlzeit oh tatsächlich es ist ja Mittag meine Damen und Herren die Gulaschsuppe ist angerichtet und Hallöchen Darkseid und Hallöchen Darkseid Oh Streunerscha möchte Birdie Nam Nam einlösen okay dafür muss ich erstmal das Nam Nam holen das habe ich ganz vergessen ähm Sui wo bist denn du Mäuschen die sitzt unterm Tisch auf der Stange Banjo die Sui ist weg okay wartet mal ich hole mal das Nam Nam okay Pupi Banjo Pupi 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 Jetzt gibt es was Leckeres und drei Witze wurden eingelöst, sehe ich gerade von Sephira. Alles klar, Moment. So und das jetzt? Ist irgendwas umgefallen. So, Bödi-Njam-Njam-Supps jetzt. Ich glaube, Sui ist gerade irritiert, weil sie sich selber sieht. Und Hallöchen Penta! Moin! Liete Sachse, danke schön! Für dein Follow! Für dein Follow! Sui, was ist los? Was ist los? Nein, nicht wieder an der Nase knabbern! Knabber an den Körnern! Den Witzomat, okay, der wird gleich eingelöst! Ich glaube, Sumi möchte lieber Obst essen. Die ist gerade... Die ist gerade sehr nervös! Sehr nervös! Nur Benju, Benju möchte hier bleiben! Oder? Alles in Ordnung? Oh, das klingt nach Ärger! Oh, das klingt nach Ärger! Mit meinem Arm... Ach, ich habe mich... Ich habe... Letzte Woche ist ein bisschen übertrieben. Mein Handgelenk schmerzt ein bisschen. Ich habe zu viel mit einer Maus gearbeitet. Kennt ihr das, wenn ihr zu lange mit einer Maus gearbeitet habt? Ich habe ja noch so eine senkrecht Maus. Aber ich war wieder zu faul, die anzuschließen. Und jetzt muss ich mit... Jetzt muss ich die Rechnung zahlen. Ist nichts Schlimmes. Aber ich versuche das damit ein bisschen zu entlasten. Das hilft immer ein bisschen. Dann fette ich das auch nicht so. Ähm... Metuasa. Das war ganz einfach. Es ist wichtig, dass die Vögel diese Verbindung herstellen. Zwischen dem Command Poopy und der Tätigkeit. Ich habe angefangen, dass immer wenn er gepupt hat, habe ich das Wort Poopy gesagt. Und die sind unglaublich intelligent. Das ging so unglaublich schnell, dass sie das verstanden haben und verknüpft haben. Und dann habe ich die über die Zeitung gehalten. Habe Poopy gesagt. Weil er wusste, aha, das hat was mit diesen... Also du musst sie auch belohnen. Das habe ich vergessen. Ähm... Dass wenn... Dass das erste Mal klappt. Und das wird sehr, sehr schnell passieren. Bei solchen Vögeln. Sofort sie dann loben. So und jetzt suche ich mal... Oh Gott. Ich übernehme wieder keine Garantie auf die Qualität. Ihr wisst ja Bescheid. Ähm... Witz des Jahres 1980. Wir schauen mal, wie der Witz des Jahres 1980 war. Oh, da kommt gar keiner. Schade. Klassische Konditionierung. Ganz genau. So ist es. Hätte jetzt nicht geklappt, dass das auch beim Kacki klappt. Aber ist cool. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Die können so schnell Dinge miteinander verknüpfen. Und äh... Was auch witzig war. Die haben so ein Bällchen. Und wenn man denen das in ihre Schlafkiste wirft, dann wollen sie das sofort wieder raushaben. Ähm... Dann nehmen sie das und schmeißen das dann runter, ne? Die Schlafkiste, die ist so ungefähr so bei 1,50 Meter angebracht an einem Pfahl. Äh... An einem Holzpfahl. Und dann schmeißen sie den Ball immer runter. Und dann haben wir das mal drei, vier Mal hintereinander gemacht. Immer wieder den Ball in die Hütte gemacht. Und dann war Benjo so schlau. Der hat sich gedacht, hey, ich will den hier nicht drin haben. Und ich will nicht, dass die den mir immer wieder reinbringen. Da hat er den Ball genommen. Ist aus dem Hinterausgang raus. Ist über den Käfig. Hat sich da lang geschlichen. Und hat den Ball oben auf dem Käfig hinter, ähm... Ich weiß gar nicht. Hinter so einer anderen Hütte versteckt. Der hat den bewusst versteckt, damit wir ihn nicht mehr reinlegen. So intelligent sind die. Das ist wirklich krass. Und er kann auch alle sämtlichen, ähm... Verschlüsse an dem Käfig öffnen. Das ist wirklich total krass. Die gestrige Geisterjagd war sehr, sehr lustig und spannend. Ähm, wir haben auch viele lustige Clips. Ich kann euch ja mal zwei der besten Clips hier reinstellen. Ähm... Ich bin nur einmal gestorben. Ich glaube, Melli ist ein- oder zweimal gestorben. Es lief ganz gut, glaube ich. Und es war auch sehr lustig zwischendurch. Aber das haben wir leider nicht geklippt. Ich müsste das eigentlich nochmal raussuchen. Aber die zwei besten kann ich euch ja gerne nochmal hier rein... reinwerfen. Wenn ihr euch die anschauen wollt. Dann mal zum einen den hier. Wo Melli gestorben ist. Und ich habe sogar den Geist... Den Geist aufgenommen. Das war so ein Krabbel-Baby. So ein... Ah, das war ganz eklig. Ganz, ganz furchtbar. Und hier ist ein Clip, wo ich was erzähle mit dem Chat. Ich unterhalte mich gerade im Chat mit jemandem. Und vergesse dann auf den Bildschirm zu gucken. Da läuft der Geist so spazieren. Und ich kriege es nicht mit. Das ist einfach so. Und ich habe das erste Clip gesehen, dass da der Geist spazieren ging. Oh! 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 Der Geist... Oh, ich hasse... Oh, hier, guck mal. Da kriege ich sofort Gänsehaut. Kann man nicht sehen. Nee, ne? Aber ich habe Gänsehaut. Wie sonst was. Ich hasse Geister, die an der Decke krabbeln. Das sind meine absoluten Hassgeister. Ganz furchtbar. Deinem Handgelenk kann ich dir solche orthopädische Bandagen empfehlen. Ich persönlich finde den höheren Widerstand sehr angenehm. Ja, das wäre... Gibt's da... Vielleicht einen Link zu einer dieser Bandagen. Die würde ich mir nämlich gerne mal anschauen. Ich habe das nämlich das öfter mal. Je mehr man mit der Maus arbeitet, ne? Du hörst die Gefahr, dass man... Ähm, ja... Solche Späße dann erleben darf. So, ich guck mal, ob ich einen schönen Witz finde. Hits und Witz der 1980 und viel fieses von heute. Bitte was? Ach, egal. My Themi! Hallöchen! Schön, dass du reinschaust. Einen schönen Freitag wünsche ich dir. Okay. Ähm... Ich suche nach... Ich suche nach... Humorast... Oh, das passt ja. Da können wir gleich so ein bisschen Sex vorlesen, ne? Die 30 fiesesten DDR-Witze. Wollen wir uns fiese DDR-Witze anhören? Oder wollen wir uns, ähm... Uns keine fiesen DDR-Witze anhören? Ich guck mal, ob ich noch andere finde. Weil ich möchte hier niemanden auf die Füße treten, ne? Ich möchte, dass wir alle kollegial und lebenswert zueinander sind. Das wäre auch so... Das wäre mal ein großes Anliegen, jo. Oh, du bist so lieb. Dankeschön, Metoasta. Oh, ja. Die Sehnscheid... Das ist nämlich echt gefährlich, wenn man kurz davor ist. Und mein Themi, dankeschön für deinen Follow. Vielen lieben Dank. Du lustige Angry-Bug. Du lustige Angry-Bug. DDR-Witz. Wieso sehe ich nicht noch DDR-Witze? Warte mal, ich mach das nochmal weg hier. Ich lass mal die Zoll weg hier. Die Top Ten der besten Witze. Na, wenn dann... Wenn das nicht mal vielversprechend ist. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Jo. Weh, die sind jetzt kacke. Ich glaub, die hatten wir schon mal, oder? Und hier ist wieder alles vollgeballert mit Werbung. Wenn ihr zufällig eine schöne Witze-Seite kennen solltet, wie Bored Panda zum Beispiel oder so... Da kommen wir eigentlich auch mal durchstöbern. so in einem... Just Chatting-Stream oder so. Ähm... Haustiere. Oh, guck mal. Haustiere. Da... Da können wir doch mal rein... So. Willst du Gesicht auflegen? So, jetzt klinge ich wahrscheinlich ein bisschen wie der Erklärbär. Kennt jemand von euch den Erklärbär? Okay, ich fang nochmal an. Kennt ihr den? Fragt eine Freundin die andere. Sag mal, wie viele Haustüre hast du eigentlich? Ich glaube vier. Einen Nerz im Schrank, einen Jaguar vor der Haustür, einen Hengst im Bett und einen blöden Hund, der alles erzählt. Naja. 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 Fritzchen. Oh, ein Affe in der Kneipe. Der ist bestimmt gut. Eines Tages kommt ein Mann mit seinem Affen in eine Kneipe. Er bestellt ein Bier und plötzlich fängt der Affe an die Kneipe zu verwüsten. Der Affe springt auf den Billardtisch, schnappt sich die schwarze Achterkugel und verschluckt diese. Der Barkeeper fragt empört den Mann. Haben Sie das gesehen? Was denn? Ihr Affe hat gerade die Achterkugel verschluckt. Darauf der Mann. Na hoffentlich erstickt er daran. Ich habe nur Ärger mit dem Tier. Er zahlt und verlässt die Bar mit seinem Affen. Einige Wochen später kommt er wieder in die Bar, setzt sich an die Theke und bestellt sich erneut ein Bier. Während sein Affe wieder anfängt die Bar zu verwüsten. Der Affe springt auf den Tresen, läuft zu der Schale mit den Erdnüssen, nimmt sich eine, steckt sie sich in den Po, er holt sie wieder heraus und frisst sie anschließend. Angeekelt ruft der Barkeeper zu dem Besitzer. Haben Sie das gesehen? Was denn nun wieder? Antwortet der Mann gelangweilt. Ihr Affe hat sich eine Erdnuss zuerst in den Arsch geschoben, sie wieder rausgeholt und dann gegessen. Ach das meinen sie, antwortet der Mann. Seit er die Billardkugel verschluckt hat, misst er alles genau aus, bevor er sich in den Mund steckt. Oh mein Gott. Was sind denn das für Witze heute? Hilf mir! Oh wartet mal, die fressen gerade etwas an. Philipp! Runter da! Die fressen den Bilderrahmen an, den ich angemalt habe von dem Griechenland-Bild. So nicht. Los, runter. Puppi? Puppi? Nee, muss nicht. Gut. Das war ein sehr langer Witz. Ja, war lange und nicht mal sehr gut. Okay, einen suche ich noch raus. Ich hoffe, der ist gut. Man weiß ja immer nicht, wie die Witze sind, ne? Es ist immer so wie russisch Roulette. Nur mit Witzen. Neue Witze 2020. Was ist denn los, mein Süßer? Jetzt werden keine Bilderrahmen gefressen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hm. Ach, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Wir lassen Gisela arbeiten. Erzähl mir einen Witz. Ein Witz kommt sofort. Welche Taste auf der Tastatur hat die meisten Jahre auf dem Buckel? Die Alt-Taste. Noch einen Witz, bitte. Ich hoffe, du findest ihn hier lustig. Von wem träumen Katzen nachts? Vom Muskelkater. Noch einen Witz. Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Oh mein Gott. Okay, reicht jetzt. Schluss. Schluss. Aber die hat bessere Witzeauflage, muss ich sagen, als so manche Witzeseite. Muss man jetzt mal so lobend anmerken, ja? Es ist gar nicht mal so übel. Ich bin wirklich verzweifelt. Also, ich muss mir echt mal eine vernünftige Witze-Seite raussuchen. Das kann so nicht weitergehen. Lang, trocken, dünn. Entweder ist das der Blot von Geheimakte Tunguska oder Julia, das Witzel von seltsamen Seite. Ja, ich weiß. Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr Lust habt, demnächst eine schöne Seite empfehlen. Bitte, bitte, bitte. Ihr seid alle so furchtbar. Flachwitz-Freitag, genau. Und Hallöchen-Knipser. Moin. Ach, Flachwitze gehen ja immer, aber sie müssen gut sein. Das ist das Mindeste. Wir haben schließlich gewisse Ansprüche. So. Manche sagen, ich wäre ein Arsch. Menschen mit Niveau nennen mich Butler. Und Hallöchen, Shycrafts. Moin. Und Emin. Muhu. Äh, Muhu. Muhu. Oh, schön, dass ihr da seid. Macht es euch gemütlich. So, dann machen wir uns jetzt mal in die Farbe. Ist das einigermaßen erkennbar, der Fukuhila? Ja, oder? Ich glaube, der ist ganz nett geworden. Stachelig im Abgang. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. So, dann machen wir jetzt als nächstes die fetten Outlines drumherum. Ich finde es bisher sehr passend. Gut, sehr schön. Okay, der Witz mit dem Butler hat bei mir eindeutig zu lange zum Zünden gebraucht. Aber nein doch, besser später als nie. Das Sailorhuhn. Oh, willst du es auch mal sehen? Ein Junge hilft einer alten Nonne über die Straße. Vielen Dank, mein Kleiner. Kein Problem, Badmins Freunde sind auch meine Freunde. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Ja, damit haben wir jetzt erstmal drei Subbatches. Meine Güte, jetzt kommt Besuch. Oh, Wienem. Ja, moin. Hallöchen. Na? Vielen lieben herzlichen Dank für deine Raid. Und willkommen, liebe Raiders. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream, Wienem. Moin, moin. Schön, dass ihr da seid. Was hast du denn Schönes gemacht? Mucke und Schnacken. Das klingt doch sehr entspannend. Hattest du bestimmt einen schönen und angenehmen Start. Mit fortzüglicher Hochachtung begrüße ich Sie in dieser illustren Runde. Ich glaube, wir könnten den Fuku-Healer noch ein ganz klein bisschen eskalieren lassen. Wir zeichnen heute einen David Bowie-Gummihuhn. Und im Anschluss würde ich sehr gerne mit euch noch ein bisschen Anna und Tommy. Over 9000 Twitch, moin. Und Skinny Pete Live, hallöchen. Sweet Crow Art, hi. Vertonung für eine Lego-Animation oder ein Logo? Ach, eine Logo-Animation. Das hätte ich jetzt Lego-Animation. Hat riesen Spaß gemacht. Oh, das glaube ich dir. Oh, wie cool. Klingt sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Wie schön. Ja, uns geht's gut, oder? Was meint ihr? Es ist Freitag. Da kann es einem nur gut gehen. Wenn nicht sogar fantastisch. Ich freue mich schon sehr aufs Wochenende. Zocken, zocken, zocken. So. Ihr könnt immer auch noch ein paar Haare runter machen, oder? Joa. Oder ist das so... Ne, warte mal. Ich glaube, das wirkt ein bisschen zu diffus. Der diffus. Und was habe ich vorhin gelesen? Mit diesem Wortspiel. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das klingt auf... Oh, warte mal. Irgendwas mit Pikachu. 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 Das werde ich mir mal aufschreiben. Das fand ich nämlich gar nicht immer so schlecht. Das heißt hier gar nicht immer so schlecht. Das war gut. Ich schreibe mir das mal auf, okay? Pikachu. Pikachu. Spaisern. Und Hallöchen. Komm. Einen schönen Freitagmittag wünsche ich dir. Huch, mein Bild ist weg. Alles gut. Tina Turner Hühnchen. Ne. Das war David Bowie. Das war David Bowie. Das war David Bowie. Aber man wird ihn später noch besser erkennen können. Das verspreche ich euch. Ich arbeite daran. Oh, jetzt ist wieder Action. Jetzt ist wieder Action. Jetzt haben sie wieder irgendwas. Oh. Haltet eure Ohren fest. Es wird wieder gequiekt. Den Fukuhila mal ein bisschen dünner machen. So. Also es war David Bowie. Und niemand anderes sonst. Live on Mars. Meine Güte. Jetzt kommt Besuch. Meister Dieb. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, wir haben schon wieder Besuch. Wie krass ist das denn? Diebeszug. Haltet eure Wertgegenstände fest. Ganz nah bei euch. Denn der Meister Dieb treibt nun sein Unwesen hier. Und vielen lieben Dank für deinen Raid. Benjo, komm mal her, mein Süßer. Mit fortzüglicher Hochachtung begrüße ich Sie in dieser gelusteren Runde. Vielen lieben Dank für den Raid. Ich hoffe, du hattest einen schönen und angenehmen Stream. Oh, ja. Ich woll's. Also, warte mal, wenn die... Mach mal laut. Zum Glück. Oh mein Gott. Oh. Machal. Lau Nelson. Lau Nelson. Hier geht es ganz schön mit viel Luft zu, mit viel dünner Luft und dicker Luft. Oh, und Hallöchen Bumblebee, der Ricket, Laune Max, unnötig, episch, habe ich schon begrüßt? Oh, Mäuschen, oh, was hast du denn auf dem Kopf? Die Vögel sind gerade ein bisschen durcheinander, viel heiße Luft, genau. Lion Potter und Tealicious Books, vielen lieben herzlichen Dank für eure Follows. Und Pinguin Pit, Dankeschön. Und Skinny Pete Live, vielen, vielen lieben Dank. Macht es euch gemütlich hier. Wir sind gerade dabei, einen David Bowie-Huhn zu zeichnen, und zwar werden das meine zukünftigen Sub-Badges. Ich bin jetzt erstmal nur anwesend, kriege aber nichts mehr mit, weil ich den Stream stumm schalte, um noch ein wenig produktiv zu schreiben. Alles klar, Fuchs Adler. Da wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und Dankeschön, dass du da bist. Ah, das Sailor Moon-Huhn ist ja knuffig, ja. Und es funktioniert auch im Kleinen. Das ist richtig erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass die Sub-Badges doch im Kleinen so gut funktionieren. Und Hallöchen Ghost Walker, moin. Ich war schon lange nicht mit dir. Kann es sein, dass du jetzt Partner bist? Ja. Ja. Auf jeden Fall, Ghost Walker. Huiuiui, jetzt kommt Rautka. Dankeschön. Vielen lieben, herzlichen Dank. Und Ricket. Carifex. Dankeschön. Und Zockbock. Merci beaucoup für eure Follows. Macht es euch hier gemütlich und genießt ihr Zeit. Es ist Freitag, da kann es einem doch nur gut gehen, oder? So, und jetzt mache ich die äußeren Outlines von dem David Bowie-Huhn. Weil im Anschluss würde ich nämlich gerne noch mit euch ein bisschen Anna und Tommy rannehmen. Bekommt ihr auch so einen roten Streifen im Gesicht. Ich würde gerne dieses Make-up nehmen, was David Bowie bei Live on Mars hatte. Das hier. Wartet. Ach, wartet mal. Ich mache das mal. Ich mache das mal ganz unkompliziert und ganz professionell. Dieses hier. Dieses Make-up würde ich sehr gerne verwenden. Und da hat er ja so einen Metallic-Lidschatten-Look. Und die Haare wären schön knallig rot mit ein klein bisschen orange. Und die Lippen, die wären ja schon fast so ein bisschen magenta. Geht ziemlich in magenta rein. Gut, die Bildqualität ist ja auch schon ein bisschen älter. Das Musikvideo wie die Screenshots davon. Ja, so der Plan. Anatomie. Ach, das machen wir dann ganz spontan und spontan, würde ich sagen. Der Diebeszug. Etwas zu spät. War gerade nicht am... War gerade nicht. Ist kein Problem, Zockfock. Kein Problem. Soll ich mich mal gucken, was ihr geschrieben habt. Mein Mann, Mann. You can beat. You can beat. Und Captain Anderson. Moin. Milchreis Ron. Ja, Hallöchen. Ach, ist das lieb. Schön, dass ihr alle da seid. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ein Wolf? Anna nimmt Tommy. Ähm. Ja, die Reihenfolge ist noch nicht so bekannt. Oder wir nehmen sie ran. Und Dankeschön für deinen Follow Hofstätte 18. Vielen lieben Dank. Genau, nötnöt. Tut das nötnöt. So, das mache ich erstmal... Wollen wir den Fukuhuila jetzt so lassen? Oder wollen wir dann noch ein bisschen höher gehen? Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache noch ein bisschen... Ein bisschen mehr Volumen rein. Ich glaube, in den 80ern hat man damit nicht gespart. Und das sollten wir auch nicht. Zumindest noch ein bisschen. Irgendwie so. Ne, Volumen war alles damals in den 80ern. Alles. Guck mal, das ist doch schon... Ja. Ist ein bisschen besser so. So. Ich kann keine Pfoten zeichnen. Hast du auch einen Elvis-Huhn? Einen Elvis-Huhn habe ich noch nicht. Und Pfoten zeichnen... Fürs Pfoten zeichnen kann ich dir empfehlen, Schau dir ganz viele Referenzfotos an. Es gibt ja auch unterschiedliche Pfotenformen. So eine Wolfsfote sieht ein bisschen anders aus. Zum Beispiel wie eine Tigerpfote oder wie eine Hauskatzenpfote. Meine Güte, ist das ein schweres Wort. Hauskatzenpfote. Wir können ja auch gerne gleich im Anschluss in Anna und Tommy können wir ein paar Pfoten zeichnen. Sehr gerne. Habe ich nämlich auch noch gar nicht gehabt. Doch, ich hatte schon einen Katzen Anna und Tommy streamen. Die Zähne beneidet das so in jeder Hollywood-Star. Oh ja, die werden richtig glänzend weiß werden. Referenzfotos, genau. Hausfatzenkote. Genau. Jetzt machen wir die äußere Outline. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu dick. Ich glaube, elf reicht hier. Oh, mein Tee. Mein Tee muss ich trinken. Ihr Lieben, auf euch. Auf euer Wohl. Auf eure Gesundheit. Die beste Gummi-Unity der Welt. So, Prost. Und trinken. Prost. Faustkatzenpfote. Nun habe ich eine Katze mit Boxhandschuhen vor Augen. Hat der Papa gerade WTF gesagt? Ja, aber nicht meiner. Das war ein anderer. Es gibt so einen Graupapagei auf YouTube, der sagt, what the fuck, Ausrufezeichen WTF oder Ausrufezeichen WTF2. Da hört ihr den. Ich finde den so klasse. Ich habe den auch als Bildformat. Aber es wäre jetzt ein bisschen krass, weil der nimmt dann das ganze Bild hier ein. Ich müsste den vielleicht ein bisschen kleiner machen. Telekom. Mich eben vor mir zugucken und... Essen abgehalten. Essen abgehalten. Acht Minuten lang versucht mir ein Handy, um am Ende Tablet aufzuschwitzen. Oh nein. Das ist immer nervig, ne? Also ich mag solche Gespräche auch nicht. Ich versuche die auch mal so kurz wie möglich zu halten. Das Beste ist, wenn man selber ganz viele Fragen stellt. Dann kommen die nämlich gar nicht mit klar. Der nämlich die meisten Fragen stellt, der ist Gesprächsführer und hat die Macht. Und Hallöchen, Jelena, einen schönen Freitag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Ist heute mit Kuscheldecke und Tee in die Schule? Was? Echt? Jetzt ernsthaft? Ach ja. Hast du jetzt von zu Hause aus Schule? Oh, warte mal. Ich muss mal das Mikrofon ein bisschen runternehmen. Ist ja momentan ein bisschen schwierig, ne? WTF2 ist ein bisschen leiser, ne? Dabei ist er schon ein bisschen im Anschlag. Ich glaube, ich muss das mal verstärken mit Outer City. Separat. Und die eine Lippe, die muss ich auch nochmal ein bisschen korrigieren. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Hier fehlt noch eine Linie irgendwie. Wo bin ich denn hier gerade? Lass mich mal gucken. Ja, das sieht schon jetzt eher aus wie ein Gummihuhn. Wie eine Gummihuhnlippe. Wartet mal, ich muss mir meinen Gummihuhn schnappen. Diese Zunge und Zähne sind einfach so gäuel. Ja, ich mag das auch. Das ist, ähm... Auch, ähm... Kann man gut erkennen. Dass das ein Sänger ist. So, jetzt haben wir eine schöne Dreidimensionalität hier drin. Die ist ja schon sehr wichtig. Ähm... Ja, okay. Lassen wir das so. Bin damit zufrieden. Bei Werberanrufen frage ich immer, wo die Nummer her. Ja, dann mag ich es ja wegen der Robinson-Liste abgleichen. Dann entschuldigen sie sich und legen schnell auf. Oh, diese Zunge sind aber wer oder was? Ist eine Robinson-Liste? Ja, eine Robinson-Liste. Oh, warte mal. Wir können doch mal Google-Tante fragen. Die Google-Tante. Was ist eine Robinson-Liste? Laut Wikipedia. Eine Robinson-Liste ist eine Schutzliste mit Kontaktdaten von Personen, die keine unaufgeforderte Werbung erhalten wollen. Ah, okay. Okay. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Und... Genau. Ich nenne sie immer Gisela. G-Gugela. Ich brauche noch einen schönen Namen für sie. Oder gibt es offiziell einen Namen für die Google-Tante? Ich weiß das wieder nicht. Ich habe das nicht mitbekommen. Sehr praktisch, ne? Kennt jemand von euch Google-Lens? Oh, als ich das erste Mal Google-Lens ausprobiert habe, ich habe alles eingefotografiert und gescannt, was mir vor die Augen gekommen ist. Und ich finde das super praktisch, wenn du gerne wandern gehst und möchtest zum Beispiel bestimmte Pflanzengruppen bestimmen oder wissen, wie dieses Tier heißt oder was das für ein Baum ist, dann machst du einfach ein Foto davon und Google-Lens sagt dir dann, also zu 99% liegt der wirklich immer richtig. Den Namen sogar mit Beschreibungen und gleich anderen Webseiten. Ich finde das so unglaublich praktisch. Ich nenne sie immer Tante Google oder dazwischen Schwätzerin. Ne, das macht meine zum Glück nicht. Mein Handy ist sowieso meistens im Offline-Modus. Das hat meine Familie das Rätsel der Süddeutschen gelöst. Was? Erzähl, Lion Potter, erzähl. Das klingt ja spannend. Was denn für ein Rätsel? Das klingt ja immer aufregend. Das klingt ja immer aufregend. Ihr zwei, was macht ihr denn da? Sie sitzen unten in der Hütte und zerkauen wieder alles, die zwei. Oh Mann, oh Mann. Die. Mit Blurbräun ist der Tag im Arsch. Wie der Butler sich mal selber ge... Sehr geil. Läuft. Und er hat es vorher selber ausgelöst. Ja, äh, soll ich so tun? Hab ich nicht, was ist da denn? Ah, die Süddeutsche oder die HZ schlagt mich nicht, wenn es die HZ war. Nein, nein. Hat jede Woche zweimal vier Bilder, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Ah, das meinst du mit Rätsel. Ach so. Das ist mal, ähm, modernes Sheeten, oder? Ja, stimmt. Boah, stell dir mal vor, wir hätten die Mittel damals schon gehabt. Ja, stimmt. Dafür könnte man das ja eigentlich auch nutzen. Ich lese halt zu wenig Zeitung, glaube ich, dafür. Hm. Ja, bitte. Was macht ihr denn da? Das kommt ja raus wegen dem Klopfen, oder? Das irritiert euch jetzt ein bisschen. Ich freue mich schon auf die Koloration. Die Koloration, die wird... Die wird Bock machen. Oh, Mel, danke schön. Und Wohltat für die Ohren. Nein, ihr habt keinen Kabelbrand. Oh je. Wartet mal. Und Hallöchen-Knebelchen. Und Hallöchen-Knebelchen. Bitte, was? Ich bin doch nicht grau. Nein, das ist die Beleuchtung. Das ist kein Grau. Das ist normal, weil, ähm, bestimmten Beleuchtungsmitteln sieht das aus, als hätte man graue Haare. Das sind aber keine grauen Haare. Vielleicht sind da zwei, drei dazwischen. Ja, aber... Ähm, nicht die ganze Oberseite. Ich habe das... Das letzte Jahr das erste Mal gehabt, da habe ich mich auch so erschreckt. Ich so, was ist denn mit den Haaren los? Und dann habe ich aber hier in Real... Dann habe ich aber in Real nachgeschaut. Nix. Das ist die Beleuchtung. Ich bin schon eine Omi, Nico. Dankeschön. Oh Mann. Ich habe halt kein... Kein Geld momentan für eine vernünftige Beleuchtung. Deswegen muss ich jetzt damit leben. Geht nicht anders. Rena! Moin! Hallöchen! Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist gut in den Freitag gekommen. So spielen nie ein Pizzas. Nee, Pizzen heißt das. Heißt das jetzt nur Pizzas oder Pizzen? Ich weiß noch, dass das irgendwie irgendwann mal Thema war. Und ich habe mir dann gemerkt, dass man Pizzen sagt und nicht Pizzas. Aber jetzt höre ich auch immer vermehrt immer öfter Pizzas. Geht beides, ne? Ist beides erlaubt. Ja, wenn man den Freitagsschild beginnt, dann ist gute Laune gut. Das stimmt. Pizzen! Pizzen! Mich halten schon welche für über 40 mit meinen grauen Schläfen. Ach, dann ist das halt so. Weißt du, es gibt Leute, die mit 20 schon ergrauen. Aber ich habe... Seht ihr das? Ist kein Grau. Es ist ein bisschen... Es sind ein paar dunkelblonde Strähnen dazwischen. Und die Beleuchtung, die sorgt dann dafür, dass es grau aussieht. Es ist aber kein Grau. Es ist hellblond, dunkelblond. Und so ein gewisser Schärfeffekt macht dann auch gerne mal so graue Haare daraus. Also Spott, du bist einfach in die gleichen Bubble unterwegs. Plural. Die Pizzas und Pizzen. Ich gucke noch immer aus wie 20. So muss das. Dass die labern mit ihren Eltern... Ja, stimmt, Astrein. Das ist doch total Wurst. Absolut Wurst. Ich gebe da auch überhaupt nichts drauf. Ich bin sowieso kein Freund... Ich bin sowieso kein Freund von Zahlen. Ich hasse Zahlen. Was sagen die schon aus? Gar nichts. Ja, ihr zwei. Was ist denn jetzt hier los? Wo seid ihr? Dankeschön, Zockbock. Den wünsche ich dir auch. Mach dir ein schönes Wochenende und bleib gesund. Ich meine, wer geht auch mit 36 noch in die Disse? Ich war auch nicht in der Disse mit 12, mit 16, mit 20, mit 20, 30, 35. Aber selbst wenn, als wir mit meiner Oma damals unterwegs waren, ist sie auch noch in die Disse gegangen. Ist doch scheißegal. Kann doch jeder in die Disse gehen, der Lust hat dazu. Diese Altersbeschränkungen sind absolute Käse. Oh Mann, immer diese überkreuzten Striche hier. Mag ich gar nicht. Einmal im Jahr geht schon noch. Wenn es Hüttenparty ist. Oh mein Gott, ich war noch nie auf einer Hüttenparty und werde das auch nicht tun. Na, wenn du mir so ein... Würde ich auch Ruhe geben. Mal langsam mal ein bisschen beeilen. Ich sitze schon wieder zwei Stunden nur an dem blöden Overleights. Das geht doch nicht. Die wissen das ganz genau. Die wissen das ganz genau, dass ich hier nicht... Der Evox ist... Oh mein Gott. Das war einer der ersten Fanarts in diesem Sinne. Mit Photoshop habe ich den gezeichnet. Der ist wirklich schon so alt. Hat jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil ich habe halt noch nie einen Evox als Sif gesehen. Und wollte den schon immer mal umsetzen. Genau wie das hier. Das war mir auch ein großes Bedürfnis. Ich gucke mal nach dem Sif Evox. Ich wollte ihn nicht gern mal in groß zeigen. Wo ist er denn? Ei, 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 wo ist er denn? Ei, 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 wo ist er denn? Ei, 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 ei. Ah, ich habe ihn. Hier ist er frei. Aber ich habe ihn nochmal mit einem Hintergrund versehen. Hier. Ist ein bisschen dunkel, ne? Müsste man mal den Tonwert... Die Tonwertkorrektur vornehmen. Warte mal. Hallo, Sui. Haben wir uns wieder beruhigt? Komm her, Mäuschen. Ja, ja, der Sif Evox. Einer der ersten Versuche, mich mit dem Thema Licht ein bisschen zu beschäftigen. Zum einen das Laserschwert zu erstellen und dann auch so ein bisschen den Lichtschein. Ich hätte das aber ein bisschen verstecken können noch. Also ich müsste den jetzt mal zeichnen. Ich glaube, der würde jetzt ganz anders aussehen. Das waren ja so quasi meine Anfänge mit dem digitalen Zeichnen und Kolorieren. Aber ich würde mich so freuen, den mal in einem der Star Wars Filme zu sehen. Oder vielleicht in Mandalorian. Das wäre so cool. Das würde ich echt feiern. Er sieht niedlich aus, aber ärgere ihn nicht, du. Mit dem ist nicht zu spaßen. Aber absolut nicht. Oh, so. Oh nein. Habe ich hier das Ding schon wieder verschoben? Studierst du eigentlich noch oder bist du fertig? Oh, Shycraft, das ist aber lieb, dass du sagst und das so formulierst, dass ich noch studiere. Dabei habe ich ja so viele graue Haare. Nein, ich bin mit meinem Studium schon seit 2012 fertig. Also ich arbeite auch seit 2012 schon als selbstständige Designerin, Illustratorin, aber, das große Aber, erst seit letztem Jahr und nur dank Twitch läuft es so gut, dass ich davon zumindest meine Rechnung bezahlen kann. Also es ist noch nicht so, dass ich irgendwie einen Gewinn mache damit, aber ich kann davon leben und ich liebe diese Tätigkeit unglaublich sehr stark. Und da ist mir das egal, ob ich und wie viel ich Gewinn mitmache. Ich möchte einfach nur das machen, was ich gerne mache. Und davor lief das halt nicht so gut. Du kommst vom Studium und brauchst erstmal sehr, sehr viel Glück auch. Ganz, ganz wenige der Absolventen bekommen gleich einen Vertrag mit einem Verlag. Aber das sind wirklich sehr, sehr wenig. Das sind vielleicht ein Prozent. Und die anderen, ja, die müssen dann erstmal schauen. Ein Portfolio erweitern. Die gehen die unterschiedlichsten Wege und ich kenne keinen, der nicht irgendwie einen Nebenjob dabei hat. Ich habe jetzt auch noch, bis letztes Jahr habe ich Teller gewaschen in einem Junggästehaus. Und auch als Dozentin habe ich vorher gearbeitet. Ich habe Kurse für Kinder gegeben, aller Altersgruppen, also von 4, 5, 6-Jährigen, aber auch etwas die Älteren, 12, 13, 14. Da habe ich Comic-Kurse gegeben im Kreativhaus hier in Münster. Das war eine sehr, sehr schöne Arbeit und die hat mich so ein bisschen über Wasser gehalten, dass ich halt nicht verarme. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, damit Fuß zu fassen. Das darf man nicht unterschätzen. Man braucht erstmal wirklich eine lange Anlaufzeit. Kundenakquise ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man nicht so gut darin ist, sich selbst zu vermarkten und zu bewerben und irgendwie dann halt auch an Aufträge zu kommen, ist das super schwer. Und ich hatte das riesengroße Glück, dass mir das Twitch abgenommen hat. Ich habe hier mit Stream angefangen und hatte das eigentlich gar nicht im Hinterkopf gehabt. Ich hatte ja hier ein Format laufen, wo ihr quasi sehr aktiv sein konntet und das wird dann auch demnächst noch weiter ausgebaut hier. Und habe dann auch das Streamen dann 3, 4 Monate sein lassen, weil ich gemerkt habe, oh nee, ich glaube, das ist doch nicht so richtig mein Ding. Und dann habe ich gesagt, ach komm, probierst du es mal mit spielen. Spielen war dann aber auch nicht so meins. Dann habe ich ein bisschen das Konzept geändert. Und ja, plötzlich kamen dann so Anfragen wie, du zeichnest du auch Emotes? Ich habe noch nie Emotes gezeichnet. Puh, ich kann es ja mal probieren. Und seitdem, ja, ihr seht ja hier die ganzen Emotes, die hier schon entstanden sind. Und da oben seht ihr auch gerade so ein Profilbildauftrag. Ja, dann hat quasi das einen ganz anderen Weg eingeschlagen hier. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Genau, ich bin auch nach Münster hier gezogen, genau wegen diesem Studium, weil es hier den Schwerpunkt Illustration gab und ich sehr gerne den Schwerpunkt Illustration, also den Schwerpunkt Illustration studieren wollte. Und da gibt es noch eine andere, die HAW in Hamburg, aber da habe ich mich nicht beworben, weil es war auch ein bisschen weit weg. Und dann, es hat aber auch erst in Münster beim zweiten Mal geklappt. Deswegen, wenn ihr das auch vorhabt, lasst euch bloß nicht von ein, zwei, drei Absagen entmutigen. Ich hatte auch Bielefeld-Absage, Hannover-Absage und irgendwo habe ich mich noch beworben, habe ich auch eine Absage bekommen. Und ein Student hier von der FH Münster hat sich dann mal meine Mappe angeschaut und meint, what, ich würde das nächste Semester nochmal probieren, wirklich. Ein, zwei Sachen austauschen und gut. Und dieser Tipp hat dann dafür gesorgt, dass ich nicht eingeknickt bin und es nochmal versucht habe. Sonst hätte ich, glaube ich, Philosophie oder Psychologie studiert oder sowas. Das sind so andere Themengebiete, die ich sehr, sehr mag. Ich habe ja durch meine Ausbildung zur Sozialassistentin auch viel Psychologie und Philosophie mitgenommen. Und das hätte ich dann wohl auch gemacht. Oder Germanistik oder vielleicht Journalismus, weil ich wollte immer Gigamoderatorin werden. Ja, und jetzt sitze ich hier und streame. In Düsseldorf habe ich mich nicht beworben. Nee, Morgi. Das war auch sehr schwer für mich, weil ich ja in Münster, äh, in Mühlhausen gewohnt habe, in Thüringen. Und diese ganze Hin- und Herfahrerei, das war sehr, sehr anstrengend. Und erst recht dann mir eine Wohnung rauszusuchen. Boah, der hat dann noch unterwegs, du warst unterwegs, ich habe mir vier, fünf WGs rausgesucht. Kam dann unterwegs noch, ein, zwei Absagen. Boah, das hat mich total fertig gemacht. Oh, es hat dann geklappt. Es war nicht billig, aber Hauptsache irgendwo erst mal, ja, ein Dach über dem Kopf haben, ne? Xunga, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Einen schönen Freitag wünsche ich dir. Jetzt bist du wieder da, Fuchsadler, das freut mich. Ich hoffe, du hast noch was schaffen können. Schreib kriege ich heute Abend hin. Aha, super. Genau, und eine Pause ist ja auch wichtig. Ich hoffe, meine Vögelchen beruhigen sich gleich. Die wollen, die wollen ja eigentlich hier sitzen. Aber das Einfachste kriegen sie nicht hin. Einfach mal hier hinfliegen. Nö, dann, äh, dann schnauzen sie dann erstmal noch ein bisschen rum. Tut mir leid, dass das wahrscheinlich ein bisschen nervig ist. Aber ja, man kann es ja nicht abstellen, da sind Vögel und die, die teilen sich so gerne mit und die beiden teilen sich sowieso unglaublich gerne mit. Mache ich unten auch noch Zähne hin oder... Nö, ich glaube, oben Zähne reichen. Das wird sonst... Man darf es nicht übertreiben. Ich finde ja auch, solche Details muss man dezent einsetzen. Dezent und, ähm... Wohl überlegt. Gut, dann fangen wir mal an mit der Coloration. Mit die Coloration. Und da habe ich eine Farbtafel mir zurechtgelegt. Das ist immer sehr empfehlenswert. Wenn ihr zum Beispiel, wenn ich einen Auftrag habe, wo ich weiß, da werden mehr Emotes oder, weiß ich nicht, Bilder mit erstellt, dann mache ich mir so eine kleine Farbkartei. Die, ähm, erspart euch nämlich enorm Zeit, die Farben dann zu bestimmen. Das müsstet ihr halt immer in einer schon bestehenden Datei immer wieder diese Farbe rauspicken mit einer Pipette. Kann man auch machen, aber es ist schon ein bisschen Zeitersparnis. Zeit ist das wertvollste, was wir haben auf dieser Welt. Und Ruhe. Meine Mitleiderin hat Germanistik studiert. Damit steht sie jetzt an der... Oh nein. Oh, es ist so schrecklich, wenn man sowas liest. Das ist schlimm, ne? Da ist man, ähm, Akademiker geworden, um dann später in einer Tankstelle arbeiten zu dürfen. Dürfen. Hallöchen. Haben wir uns wieder beruhigt? So, du gehst mal da runter. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Genau. Wo habe ich denn jetzt hingestückt? Ach ja. Wenn es mal wieder etwas länger dauert. Ähm, b-b-b-b-b-sappet. Das ist... Da, was? Da mache ich. Den können wir auch mal wieder zumachen. Das machen wir auch zu. Huch. Wo sind die so hin? Hast du das jetzt auch zugemacht? Puppi. Puppi, Benjo. Super gemein. Fein. Benjo ist unterm Tisch. Das weißt du doch. Die sitzt da immer. Die sitzt da immer. Ist ja immer auf zu meckern. Alter Meckerfritzer, du. Alte Butterbiene. Weiß noch nicht, was ich vom Schreibnovember halten soll. Dachte, solche Challenges machen man sich zur Motivation. Inzwischen höre und lese ich im Discord und in Streams immer, wie Leute abfragen, wie viele Wörter andere geschafft haben und hohe Wörterwerte nur gelobt werden und Leute mit kleinem Wort werden sich dafür teils quasi entschuldigen. Oh je. Das geht aber ganz schön am... Ja, am Ziel vorbei, oder? Was damit eigentlich geschaffen werden soll. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Knebel. Ja. Das ist wirklich alles andere als eine Motivationschallenge. Zeit ist das wertvollste, was wir haben. So ist es. Puppi, 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 Puppi. Do you agree with this? Or not? Benjo so. Komm her, mein Süßer. Ich halte dich auch gerne auf der Hand. Sui ist da unten. Siehst du? Sui ist da unten. Du guckst ja wie so ein... Jetzt hättest du Drogen genommen, Mäuschen. Wie ein Auto. Hier, die Tante muss jetzt auch ein bisschen was machen, ne? Und Anna, Tommy, ist schon wieder... Hier reden wir nicht drüber. Ich gebe mir Mühe, dass wir dann noch ein bisschen Zeit haben für Anna und Tommy. Das schwöre ich euch. Jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder, ne, Benjo. Guck mal, ist alles gut. Nichts Schlimmes hier. Einfach den Leuten vor die Augen führen. Wie absurd das eigentlich ist. Oh Gott. Ja, stimmt, Rickert. Da hast du eigentlich recht. Ich glaube... Alles in Ordnung? Hast du gerade Kekse im Kopf gehabt? Bei Kipsen kann man noch mal ein Auge... Keks und Kaffee. Äh, schöner, schwarzer, heiser, schöner Kaffee. Scheiße. Das ist auch ganz wichtig. Sag mal, ihr zwei... Ruhe hier! Ich dachte, da kommt Metall... Ja, da kommt ja noch Mori. Aber erstmal brauche ich den unteren Farbton. Sonst habe ich wieder Lücken. Das kommt alles. Das Make-up kommt ja für gewöhnlich auf die Haut. Und ohne Make-up... Äh, keine... Ohne Haut gibt es kein Make-up. Das ist der Grundgedanke. So, und die Haare... Oh mein Gott. Ob ich kriege ich den... Farbton? Nein, Benjo. Ob ich kriege den Farbton von diesen Haaren hin? Ja, zwei, ey. Ihr macht schon wieder... Unglaublich krassen Krach heute. Ich weiß wieder nicht, warum und wieso und weshalb. Und ich raffe das hier gar nicht. Und damit ein herzliches Willkommen, lieber Kunstbaum. Und vielen lieben Dank für den Nierenpötzer. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Sabrina auch. Hacke... Hacker-Tipp, um die Uhrzeit zu beschreiben. Das ist quasi mein Highlight. Ja. Warum habe ich jetzt das Bild im Kopf, wie du all deinen Emotes erstmal Unterwäsche malst, bevor du sie anziehst? Hm. Okay. Läuft. Why not? Und wie sieht das so dunkel aus gerade? Sind die bei den anderen auch so dunkel? Ja. Der hat keinen Kamm. Ach, egal. Der ist kammlos. Benjo. Hey. Ganz ruhig. Nicht mehr gehen. Nicht mehr gehen. Nicht mehr gehen. Du sollst nicht meckern. Oh nein. Die schung wieder. Sogar. Dankeschön. Ich lass gleich Tante Google das erledigen. Wir haben einfach noch keine würdige Witze-Seite gefunden, die einen vernünftigen Job macht. Geht gleich los. Vielleicht stellt das ja auch die Vögelchen etwas ruhiger. Was ist denn mit euch heute? Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So ein Theater hier. So. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir... Es werden aber nur Flachwitze, ne? Die funktionieren immer noch am besten. Ne, Zucker. Ich glaube, da gibt's so viele. Das schaffen wir nicht. Erzähl mir einen Witz. Ein Witz kommt sofort. Welche deutsche Stadt steht sehr oft auf dem Tisch? Essen. Oh mein Gott. Noch ein Witz. Ich hoffe, du findest ihn hier lustig. Welcher Bus hat Angst vor Pandas? Der Bambus. Alter. Bitte noch ein Witz. Warum stürmten die Hühner so plötzlich in die Küche? Sie wollten den Wasserhahn sehen. Ich find die gar nicht mal so schlecht. Ich find die gar nicht mal so schlecht. Also sie sind immer noch besser als das, was uns da manche Witze-Seite präsentiert. Guck mal, der Vogel ist ruhig. Ich hab gehört, da gibt's ein fette, fette, fette Party. Gott. Der schläft gerade mal. Ey, das sieht aus. Genau, richtig flach und witzig. Dankeschön für deinen Support, Strat Alpha. Hier ist das Reh mit Vornamen. Na jetzt so. Immer raus damit, Rehner. Witze sind hier immer gern gesehen. Kartoffelpü. Oh. Hallo. Hallo Sie. Ja, ich hab mal guten Tag hier. Wollen Sie einen Göbelmutschein gewinnen? Für eine neue Ledergritzsuppe? Oder einen Fleckenduter? Vielleicht sogar ein Bimmelbett mit Resucherbitze? Nur zur Zerkeit. Aktionswochen bei Kentucky Schreitfieten. Oh nein. Jelena. Das tut mir so leid mit deinem Datenvolumen. Ist das krass, oder? Nur diese zwei Posts haben jetzt dein ganzes Datenvolumen. Oh Mensch. Wann wird das dann wieder aufgefüllt? Was macht der Vogel? Du bist auch ein bisschen fertig. Benju, du bist fertig. Du bist ganz dolle fertig. Also manchmal weiß ich auch nicht, was mit euch Phase ist. Also, habt ihr ein bisschen heimlich Klebstoff geschnüffelt? Hm? Seid ihr an den Bastelkoffer gegangen? Okay. Ich glaub dir das. Ich glaub dir das. Aber Ruhe hier. Hier wird nicht mehr gecrashen, gekrollt. Ilo Marie. Hallöchen. Den Licht der Kamera oder sonst was liegt, aber du wirkst. Moment. Das liegt am Licht. Das liegt am Licht. Wenn das so von oben kommt, hat man Augeninge. Hallo. Aber momentan sehe ich dann nix. Nico, das kommt immer so ein bisschen auf den Lichtwinkel an. Das ist, ähm, hier siehst du anders aus wie hier unten, wie da, guck mal so. Siehst du auch wieder anders aus. Das kommt auf den Winkeln auf das Licht an. Ich hab da noch keine optimale Lösung. Da muss ich jetzt durch. Da müsst ihr jetzt durch. Besser gesagt. Mir ist das einerlei und wurscht. Jeder Tag ist ja anders. Und dann gibt's halt einen Tag, wo ich ein bisschen müde aussehe. Ja, bin ich halt müde. Ähm, und Hallöchen Sven. Moin, moin. Einen schönen Freitagmittag wünsche ich dir. Schon gleich Nachmittag. Oh. Oh. Deine Scheiße. Hm, okay. Die arme Germanistik-Studentin, die jetzt an einer Tankstelle arbeitet. Och, Mensch. Ja, also, wenn ihr Tipps habt für mich, für eine schöne Beleuchtung, damit ihr nicht mehr diese furchtbare, hässliche Frau mit diesen Augenringen ertragen müsst, dann sagt mir Bescheid. Dann ändere ich da was. Aber ich kann nun mal nicht das tun, irgendwie, dass es besser wird momentan. Und ich hab halt so komische Strahler. Ich kann die euch mal zeigen. Hier. Diese Dinger hier hab ich. Das ist meine meine Lichtquellen-Antwortlösung. Mehr hab ich nicht. Und die machen halt keine schöne Beleuchtung. Ich kann das nicht so ausleuchten. Und dann entstehen halt Schatten, weil unser Gesicht ist ja nicht flach, sondern besitzt Augenhöhen und sowas. Und wenn dann das Licht nicht so besonders ist, dann entstehen dann halt Schatten an der Stelle. Two-Face. Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen lieben Dank. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Die Augen. Die Augen. Extra heben. Und die Zähne können wir eigentlich auch in der Farbe machen. So. Und warte mal, bei Sailor, bei Sailor-Hun hatte ich doch eigentlich schon so, oder nee, dann nicht andere, glaube ich, oder? Das ist so ein bisschen zu grell. Aber ein bisschen zu grell. Ja, ich habe übelst krass davon geträumt. Aber so richtig. Und ich habe, glaube ich, eineinhalb Stunden noch wach gelegen. Ich bin nicht eingeschlafen. Und dann habe ich irgend so so ein Bauchgrummeln gehört. Und das war so eine Mischung zwischen Quaken, also von so einem Frosch und einem Schweinegrunzen. Das ging so. Und ich hatte so Schiss. Ich hatte so Schiss. Ich dachte wirklich, das ist jetzt irgendwas. Och. Und neulich ist vom Wäscheständer oben das Körbchen mit den Wäscheklammern umgefallen. Einfach so. Und das war auch nach Phasmophobia-Spielen. Das ist einfach alles so viel. Das ist so krass. Ich glaube, das mit der Beleuchtung und dem müde Aussehen liegt vor allem daran, dass die neue Kamera das Bild sehr saturiert abbildet. Ist nicht von einem Stylistenblatt gemacht worden und hat keinen Insta-Filter an. Menschen sehen so aus und das finde ich auch gut. Ja, ne, finde ich auch, Jan. Ich will auch gar nicht so ein glattes Face haben. Ich könnte die ganze Zeit jetzt auch so einen Hübschmach-Filter tragen, der die Haut glatt macht. Ich finde das aber auch nicht. Das ist genau wie mit so Fältchen. Ich will die lieber zeigen, anstatt Filter zu benutzen, die die glatt machen. Ich möchte mich so zeigen, wie ich wirklich bin. Und wer das, ja, halt nicht gut findet, dann, ja, soll sich Filtermenschen anschauen. Und Hallöchen, Waschbiers Werkstatt. Moin, schön, dass du da bist. Einen schönen Freitag. Das ist so lieb von euch. Dankeschön. Also, ich könnte wirklich das besser machen mit der Beleuchtung und Ausleuchtung. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ich bin super, super happy mit der Qualität. Ich bin einfach so begeistert und stehe zu jedem Augenring, zu jedem Fältchen, zu jedem Pickel, den ich habe. Einfach hier. Ich habe auch ganz viele Falten auf der Stirn. Vor allem, wenn ich die so mache. Guckt mal. Boah! Guckt euch das mal an! Bin ich deswegen jetzt ein schlechter Mensch? Nein, ich denke nicht, oder? Ich zeige mich so, wie ich bin. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Sonst hätte ich ja bei der Logitech bleiben können. Da sah alles so unglaublich unscharf aus. Und das soll ja hier nicht im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt soll ja hier der Content stehen. Ich könnte auch die Kamera ausmachen für immer. Hätte ich auch kein Problem mit. Aber dann entgehen uns, glaube ich, so ein paar schöne Sachen wie zum Beispiel die zwei. Der eine hier. Die andere ist gerade unterm Tisch. Und das war mir halt wichtig, dass wir da im Ausbau des Kanals eine Stufe höher aufsteigen können. Dann müssen wir jetzt damit leben, dass da jetzt faltige, verpickelte und Augenring behaftete Damen dahinter oder davor sitzen. Klinik am Asi. Am Asi, oh Gott. Du darfst so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Auf jeden Fall, Nico, mir geht so was von gut. Ich brauche zwar ein bisschen, um in den Tag reinzukommen, aber ansonsten geht es uns gut, oder? Das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen stresst, das gebe ich echt offen und ehrlich zu, wenn die Vögel hier so rumkreischen und ich weiß nicht, was die haben. Jetzt nicht unbedingt wegen der Lautstärke, das bin ich ja gewohnt, aber ich kann dann halt, ich weiß nicht, was ich jetzt tun kann. Ich weiß ungefähr, dass die Aufmerksamkeit möchten und jetzt bei mir sitzen möchten. Ihr seht ja jetzt gerade, wie entspannt die sind. Aber es dauert manchmal ein bisschen. Sie brauchen ein wenig Zeit, auch um erstmal wieder runterzukommen. Guckt mal, dann wird man belohnt mit diesem Anblick hier und das sind die liebsten, entspanntesten Vögelchen, die man sich nur vorstellen kann. Was Licht angeht, ich finde es extrem nervig, wenn mir die ganze Zeit ein Studiostrahl ans Gesicht scheint, also wie es am besten für dich geht. Ja, und das ist ja schon der Fall. Ich kann, ich kann euch mal ein Foto machen, von wie es hier aussieht. Wartet mal. So. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Ich habe hier nämlich so eine Standleuchte, wo richtiges, echtes Sonnenlicht imitiert wird und ich bin permanent geblendet davon. Vielleicht stresst mich das auch ein bisschen und lässt die Augenbrauen hier, die Augenbrauen sag ich schon, die Augenringe entstehen. Aber das kannst du gar nicht verhindern. Hätte ich richtig Platz, also viele haben ja, also professionelle Streamer nutzen ja auch, wenn sie den entsprechenden Platz haben, auch richtige Studiostrahler und die müssen auch gar nicht mal so sehr blenden, aber die sind halt richtig groß. Das sind so richtig große Kästen, wo viel Licht rauskommt und man das ja auch ein bisschen gedämpft einstellen kann. Und ich habe halt nur so kleine Funzeln. Die Ausleuchtung ist unglaublich miserabel und auch sehr unausgeglichen. Ich habe von der linken Seite richtiges Sonnenlicht, natürliches Licht und rechts halt so ein künstliches Sonnenlicht quasi. Ist dann natürlich auch unterschiedlich dann. Das kann, das kann nichts werden. Und dann entstehen dann halt solche blöden Stellen. Merci, merci. Ich zeige euch das jetzt mal, wie das hier aussieht bei mir. Mhm. Wir haben in der Kita Dreijährige nicht essen wollen, weil das dann eventuell mal nicht schön... Was? Oh, ist das schlimm. Wir filtern uns krank. Ich finde das auch ganz, ganz schrecklich. Und wenn noch so kleine Kinder schon so eine Einstellung haben... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Himmel, Herrgott. So, ich zeige euch das jetzt hier. Ich speichere das auf dem Desktub. Mach das so weg. Das ist jetzt aus meiner Sicht. Und links habe ich das Sonnenlicht. Und so strahlt mich das die ganze Zeit an. Das ist sehr anstrengend. Also ich bin immer ganz froh, wenn ich den Stream beende und dann... Oh, dieses Licht ausmachen kann. Und Hallöchen, Mindberry. Moin, moin. Baustrahler und fertig. Oh, yo. Baustrahler. Ich hätte hier noch zwei Ari Sonnenlichtstrahler. Das wäre zur Hälfte, den Stream. Ja, den habe ich hier rechts. Und man sieht ja auch den Unterschied, ne? Ich habe diesen kleinen und dann diesen fetten großen rechts. Ja, aber ich muss das machen, Hydraulic Bad, beziehungsweise Jan, weil dann hier alles viel zu dunkel wäre. Es ist heftig. Weil dann müsste ich die ISO wieder hochdrehen von der Kamera. Und wenn man die ISO hochdreht, das ist nie gut. Kenne ich, wenn das Ringlicht aus ist, dann bin ich auch glücklich. Oh, das Ringlicht. Katasuri. Das Ringlicht habe ich ja auch schon in meine Wunschliste getan. Es ist aber ausverkauft momentan. Das wäre auch noch eine Lösung. Aber selbst das, ne? Selbst das ist schon richtig anstrengend. Aber ich habe von vielen gehört, dass es wohl auch Lichter gibt, die gute Beleuchtung haben und die auch nicht so blendend tun. Aber ich habe persönlich auch noch keine so eine Beleuchtung gesehen. Ja, mir tun auch die Augen weh. Morgi. Es ist sehr, sehr anstrengend. Ich gucke ja noch auf das Tablet. Dann gucke ich immer, wenn ich hoch in den Chat gucke zu euch, schaue ich auch gleichzeitig noch mit in dieses Licht. Ist schon nicht so... Dies ist harte Arbeit, hier zu streamen, ja. Und Hallöchen, Eiskind. Boah, ist das Greil. So eine Sonnenlichtstrahle umdrehen und dann mit der Alufolie beklebten Regenschirm strahlen lassen. Ja. Und ich habe auch nicht viel Platz hier. Ich habe direkt vor mir gleich so ein Regal. Meine Möglichkeiten sind äußerst beschränkt und nicht die dollsten. Nicht die dollsten. Machen wir mal eine etwas hellere Zunge, glaube ich. Die Augen von David Bowie machen wir... Wie sind die denn hier so? Oh! Der hat ja... Ich muss mir das mal speichern. Der hat ja ein ganz crazy Auge hier. Grafik anzeigen. Grafik speichern. Ich speichere mir das mal. Ich zeige euch das mal. Boah. Boah. Boah, Konstrikter. Krass. Graf, Flatula. Juliii, wir sind schon vier Monate verrückten Nudelt. Bar alt kriegen wir ein Ulkbaby. Julilu Kappa, Julilu Kappa. Kröte, Juli, Lula, Weit, Juli, Lula, Faischen, Fia, Juli, Lula, Faischen, Fia, Juli, Lula, Faischen, Fia. Alani! Oh, ist das schön! Vor Ulk nudelt. Ach, das ist ja toll. Das ist ein super Wort. Ich glaube, das... Das hast auch immer so tolle Ideen, Mensch. Oh, ist das prima. Erstmal vielen lieben Dank für deinen viermonatigen Resub schon. Dankeschön. Und bald kommt das Ulkbaby. Oh ja. Frau Ulk nudelt. Wenn ich mich um deine Erlaubnis bitten durfte, das irgendwann mal hier einzubauen. Ach ja, für alle, die es noch nicht wissen. Wir haben nun endlich einen Namen für unsere wundervolle Community. Sie heißt... Moment. Das müssen wir episch darbieten. Und dafür wird es nächste Woche noch einen... einen Command geben. Ich habe da nämlich was vor. Ich habe da was vor. Das wird noch gebastelt werden hier. Princess Crunch. Hallöchen. Moin. Hauptsache, man hört das Stimmchen und das Getwitscher. Genau. Genau. Shycrafts. Hier, die zwei hier. Gummi Unity. Also Gummi Huniti. Auf dem Discord steht das auch nochmal. Ja, Gummi Huniti. Warte, ich schreibe es euch mal. Das ist, glaube ich, das Beste. Also, mit Großbuchstaben. Hey, Glück. Die Gummi Huniti ist geboren. Klar, kannst du verurknuddelt werden. Freue mich immer gern, wenn ich meine Ideen mit einbringen darf. Und das tut ihr alle ja so schön und so fleißig. Dafür bin ich euch ganz toll dankbar. Ich finde das einfach so herrlich, wie diese Gummi Huniti. Stück für Steck mit euren Ideen und mit euren Gedanken, mit eurem Handeln wächst und wächst und wächst und ihr das mitgestalten könnt. Und das ist mir auch ganz ungemein wichtig, dass nicht nur ich alleine das gestalte, sondern dass ihr euch damit beteiligen könnt. Dass ihr auch das Gefühl habt, Mensch, da habe ich was beigewirkt, da habe ich was mit zugesteuert. Das ist mir ganz besonders wichtig und das funktioniert halt auch richtig, richtig gut. Damit kann ich leben. Das ist doch in der Stream-Beschreibung ganz genau. Stimmt, Shycrafts. Aber es ist weiter hinten und viele lesen die Beschreibung immer nicht. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Toilette, ihr Lieben. It's magic. Da muss ich nämlich jetzt mal ganz dringend hin. Sonst gibt es ein Unglück. Außerdem haben wir noch gar keine Pause gemacht. Es dauert ja nicht lange. Ich bin dann sofort gleich wieder für euch da. Ich hoffe, dass ich die Vögelchen dann weiterhin so ruhig bleibe. Oh, bevor ich euch in die Pipi-Pause entlasse. Moment. Oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Gibt es jetzt noch einen Grund für euch eventuell mitzugehen? Wir fangen an mit... So, Benjo. Aber, nee, guck mal her. Aber, nee, aber, ja, aber, nee. Puppi. Puppi, Benjo. Puppi. Puppi, Puppi. Fein gemacht, mein Schatz. Das ist gemein. Das ist gemein. Oh, da kommt nichts raus. Es ist zu. Die Puppi muss jetzt hier diesen Teasame-Eingießing jetzt stören. Okay. Wir sind geduldig und warten. Ihr könnt nicht davor fliehen. Keine Puppi in dieser Welt kann das verhindern. Den mit den Tans? Na, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht bestimmen, meint Barry. Was ihr jetzt zu sehen bekommt, ist erstmal Werbung. Ja, Lunok. Die Puppen auf Kommando. Leider können sie nicht still sein auf Kommando. Ruhe hier! Ich nehm das wieder zurück. Hallo. Hallo, Sie. Wollen Sie richtig ferne Fallkajern? Saufen bis zum Rollfausch? Mit hämmernden Schmopfkerzen? Bist Sie sogar vergessen, dass Sie die Felderin gekickt haben? Nur Zürzekeit. Aktionswochen bei Kentucky Schreitfieten. Das gibt's doch nicht. Meint Barry, du Verrückter. Vielen lieben herzlichen Dank. Und ich wünsche Princess Crunch ganz viel Spaß mit den Abo und den Emotes. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank, meint Barry, für das Geschenkabonnement. Ach, ich dachte, den bekomme ich noch fürs Halloween-Special. Oh, vielen, vielen lieben Dank. So. Oh Gott. Ihr bekommt jetzt Werbung. Ich mühle heute so lange, damit ihr das hier, das hier, das hier, das hier, nicht die ganze Zeit am Kopf habt. Ja, ja, ja. Chicken, chicken, chicken. Chicken, chicken. Gedaki schreit, chicken, chicken. So, bis gleich, ihr Lieben. Chicken, chicken. Ich heiße Annemarie Müller, bin Bayer und ganz nadisch auf Müller. Die Buttermilch schmeckt und isst wie eine Schönheitskur von innen. Alles Müller oder was? Gott sei Dank, ich heiße nicht Müller. Aber die Buttermilch von denen, haha, bin's schön macht. Buttermilch, alles Müller oder was? Starfrucht, Starfrucht, extra große Fruchtstücke. Starfrucht, frischer Joghurt, Bruchtjoghurt von Sott. Starfrucht, so viel frische, extra große Fruchtstücke. Joghurt ganz naturbelassen, Starfrucht von Sott. Er liebt die Frucht, Starfrucht. Er liebt die Frucht, Starfrucht. Viele Dinge, die gut schmecken, sind etwas schwer. Jervé Obstgarten ist eine Alternative. Er ist leicht und schmeckt. Jervé Obstgarten. Ich heiße Philipp Stürmer. Nee, Philipp Müller. Ich bin Stürmer und fünf. Und man keine Milch, aber Müller mit Schoko. Alles Müller oder was? Das macht Lust auf mehr Kaffee. Trön und Leid. Nur halb so viel am Koffel geht. Und ganzes Aroma. Genießt die Lust mit Trön und Leid zu jeder Zeit. Trön und Leid. Ich heiße lieber Katrin als Müller, aber mein Schönes Magen hat ich auch. Müller-Milch, alles Müller oder was? Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Wir haben das neue Milka Fresh erfunden. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Und zarter Schokolade von Milka. Aber Vorsicht. Ist cool, man. Mama mia, vengo. Herr, ich glaube, Ihr Auto steht auf meinem Parkplatz. Aber ich habe gar keine Zeit. Un attimo solo. Si prende una bustina di Nescafe. Poi si aggiunge un po' di acqua. Guardi come cresce il cappuccino. Pronto, il cappuccino. Cino. Danke. Gradisca. Und wann fahren Sie Ihr Auto weg? Ich habe gar keine Autos, Signorin. Kaum stehe ich hier und singe, kommen Sie von nah und fern. Und fangen an zu knabbern. Sie haben halt Öl-Tier gern. Sie singen und sie tanzen. Sie lachen und sie schreien. Und wollen noch mehr Öl-Tier, die leckern Knabbereien. Komm auch du! Komm auch du! Komm auch du! und da sind ja schon wieder frisch gelehrt nun nicht gestärkt muss man gleich noch was suchen wieder hunger julias italiener macht einen immer dann weißt du dass du ein kind der 80er oder 90er war das bildchen noch bis 14 30 zeichnen und dann werde ich den rest des teams anna und tommy behandeln und noch ein paar foten zeichnen mit euch weil sonst schaffe ich doch wieder nicht ich brauche wieder viel zu lange wie man unschwer erkennen kann wie ist das denn hier alle für alle nicht abonnenten wie empfindet ihr das hier mit der werbung ich habe ja keine werbung geschaltet ich könnte zwar aber ich habe die beabsichtigt ausgeschaltet hier weil ich möchte das irgendwie nicht ich will ich möchte kein zusätzliches geld mit werbe einnahmen verdienen ich möchte dass meine zuschauer keine werbung bekommen das wäre mir also ich halte nicht meine eigene aber nicht diese generiert ich finde das so schrecklich auch gerade was bei youtube abgeht du kannst ja gar nichts mehr sehen oder hören wo dann alle drei minuten zwei werbe clips hintereinander kommen das ist so nervig wenn du gerade was emotionales schaust und dann kommt irgendwie werbung für zahnpasta oder für klosteine klosteine da denke ich mir auch so so unglaublich nervig und hallöchen ich einmal guten kaffee du klack sei gleich mal yoghurt und kaffee einkaufen aber hoffentlich den richtigen prallmeyer kondom vergießt der mit den extra großen fruchtstücken ich habe gerade das freut mich echt locker hilft aber oder neuladen geht leider nicht ich schaue youtube meistens über den fernseher und da kannst du leider so ein blogger nicht installieren glaube ich zumindest ziemlich blöd aber wenn du keinen schalten dass du kommst du so leute die reinkommen werbung und wenn im zwischendurch ja das ist immer blöd wenn mittendrin wenn du gerade just chatting hast erzählt irgendwas dann kommt das mal voll der werbeblock ich dachte wenn ich das selber schaltet dann wird das zusätzlich sein also ich glaube dass die werbung so zwischendurch kommt kann ich gar nicht beeinflussen oder oder bleibt die dann aus und nur die die ich selber ich weiß es halt nicht ich bin auch noch nicht so lange partner es soll ich ein paar kleinen wenigen wochen also ich hasse werbung auf twitch da ich den stream für den zuschauer komplett unterbricht da kann man jetzt noch nebenbei das bild vom stream sehen aber das finde ich auch müsst der das sound vom stream ja auch fehlt es ist so blöd ich hoffe die musik ist gerade nicht zu laut irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen zu laut vor nur die du anmachen kommt auch nur die die du anmachen gerade wenn du mit einem witz erzählen muss ja genau so kurz vor der poente dann hallo hallo sie wollen sie eine waschmaschine eine eine maschmaschine kaufen so metallik blau hallo hallo wollen sie mal so richtig ferne fall kajan genau das saufen bis zum rollfausch mit hämmernden schmopfkerzen bis sie sogar vergessen dass sie die fehlnerin gekickt haben aktionswochen bei kentucky schreit fieten jetzt und natürlich nur für zur zirkeit pro stunde wo du 90 sekunden werbung schaltest oder war es 180 weil sie zeigen gerade nicht genau wird dann quasi keine zusatzwerbung geschaltet pro stunde oh gott pro stunde pro clip 20 minuten auf jeden fall auch man die fressen schon wieder den bilderraum kaputt den ich selber blau angemalt habe von so einem griechenland acryl mit was ich mal gemalt habe und das geht so nicht das geht so nicht acryl blau hoffe ich kriege mal das hin ich nehme jetzt mal etwas dunkleren wir können einfach mal zum schluss dann noch so ein bisschen farbe da rein ballern ich habe doch nie ein gummihuhn geschminkt sieht aus er wäre blau geschlagen worden aber egal ich wollte das so da muss ich jetzt durch so hier noch ein bisschen mit reinzunehmen was habe ich mir nur dabei gedacht why ich feier das jetzt schon und habe ich ein eiskind immer wenn sie weg rennt um die vögel zu kindergärtnern gibt es werbung ja das wäre gut das wäre gut wenn man das so einstellen könnte ich hoffe die musik musik lautstärke ist in ordnung ich habe es nochmal ein ganz klein bisschen leiser gemacht jetzt das gefühl die war schon wieder mega laut okay der hat links so ein kleines pupillending eine kleine linse besser gesagt und rechts eine richtig große himmel was habe ich mir dabei gedacht oh Gott Aber das muss so. Das muss so. Das hat alles seine Richtigkeit. Oh, mein Lieblingslied. Ja, ne? Es sieht so... Es sieht einfach so freaky geil aus, ey. So muss das. Genau so muss das. So nicht anders. Es ist alles perfekt. Es ist alles so, wie es sein muss. Die machen schon wieder Blödsinn da drüben. Ich höre das. Warte mal. Die zerfressen mir gerade wieder was. Ey! Sui! Jetzt knabbert sie die Tür an. Das ist doch nicht wahr. Wie heißt das Lied, was gerade läuft? Sunny Side of the Street. Es sind immer andere Interpreten, die das... Das müsste Billie Holiday... Eddie Haywood am Piano. Sunny Side of the Street. Da gibt es ganz, ganz viele Versionen. Die sind alle ganz wundervoll. Ja, aber die müsste ich dann immer erst starten, ne? Oh, das ist schon wieder so kompliziert. Da wird das alles schon wieder so kompliziert. So, dann machen wir jetzt den Schatten. Und dann ist erstmal Ruhe mit den Badges. Dann habe ich sowieso genug. Wie gesagt, macht das jetzt keinen Sinn, für vier oder fünf Jahre Sub-Badges zu machen, wenn die erst in zwei Jahren überhaupt freigeschaltet werden können. Wie Kinder vom Bahnhofsklo. Ach, echt? Ach so! David Bowie, ich war jetzt noch bei Sunny Side of the Street. Ja, das stimmt, ja. Oder in diesem wundervollen Film Lieber besser morgen oder irgendwie sowas. Da gibt es auch so eine schöne Zähne. Oh. Das Hühnchen sieht eher aus wie Mick Jagger. Nee. Das ist nicht Mick Jagger. Das ist bestimmt wegen den Lippen. Das ist bestimmt wegen den Lippen. Aber guckt mal. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Er wird dann auch noch die Lippen bekommen. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Dann ist es, Mick Jagger hat doch niemals so ein Make-up gehabt, oder? Außerdem bin ich ja noch gar nicht fertig. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ähm. Da wäre der große Mund, ja. Und den musste ich ja so groß machen, weil ich das Gummihuhn gerne singend darstellen wollen würde, möchte. Und, ähm, ja. Also ich finde, man kann schon David Bowie erkennen. Es ist ja wie gesagt noch gar nicht fertig. Aber die Lippen machen wir ein bisschen wie hier drüben. Ein bisschen mehr in die Magenta-Richtung, würde ich sagen. Oh, warte mal. Oh, warte mal. An den Haaren werde ich auch noch ein bisschen arbeiten. Oh, die gehen so ein bisschen die rote Richtung. Oh, ein bisschen schön knallig. Ich kann mich nicht erinnern, dass Mick Jagger irgendwann mal rote Haare hatte. Berichtig mich da gerne, aber... Und das hat Steven Tyler auch. Stimmt, es gibt viele mit so breiten Lippen, ne? Ist Gert Mehle. Moin, Hallöchen. Schön, dass du da bist und Dankeschön für deinen Follow. Willkommen in der Gummi-Unity. Ach, ich habe doch hier so einen schönen Haarsträhnenpinsel. Wieso verwende ich den denn nicht? Weil sie ihn nicht findet. Strands, Paint Stroke, Haarsträhnen. Da kommt man vom Kaffee kochen und sie sieht den Lidschatten. Love it! Ja, findest du? Meinst du, man kann da Dings erkennen? David Bowie. Es wurde schon im Chat gesagt, dass das eher aussieht wie Mick Jagger. Aber das macht es ja nur wegen den Lippen. Ja, warte mal, wo habe ich denn hier? Ah, hier. Ich habe was gefunden, das gehört da nicht hin. Ach, wenn Morgi sagt, dass ich es lieb, dann bin ich schon wieder guter Dinge. Ich mag es auch. So, und jetzt machen wir mal schön die Haarsträhnen. Dankeschön, mein Barry. Das tut gut. Ja, ne? Bowie war es schon, wenn man das Bild daneben hat. Ja, dankeschön, mein Barry. Und Hallöchen Aviatros. Also, als ich hier reinkam, war das Vorbild links noch nicht da, aber David Bowie war sofort zu erkennen. Primär durch die Friseur. Ah, dankeschön. Das freut mich. Das Contouring. Aber der Mund von Jagger ist auch eher so, äh, barne quer. Ja, ich wollte ja den Mund groß haben. Und Gummihühner, wisst ihr ja, haben alle einen recht großen Mund. Und wenn man den Gummihund-Mund groß machen möchte, gucken wir da nicht dran vorbei. Tagzeit, ich wünsche dir viel Spaß im Lörg. Keine Linsen drin, nee. Mach mal ein Whoopi Goldbergummi. Oh, oh. Oh, das müssen wir mal auch machen. Nicht unbedingt als Sub-Bitch, aber einfach mal so testweise würde ich das auch gerne mal machen, ja. Aber heute werde ich das nicht mehr schaffen, weil Anna und Tommy warten. Hm. Ich habe die viel zu lange jetzt schon warten lassen. Ich kriege noch Ärger. Ich weiß nicht mehr als Sub-Bitch. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. 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 I don't think so. Vielen Dank. Und Dankeschön dafür. Der Büffel. Ich habe... Oh mein Gott. Cool. Ich habe... Die Frau... Ich habe... Ja... Ich habe... Hallo? Oh... Ich habe... Ich habe... fünf Stunden... Ich habe... Das ist... Ich habe... Hier... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich... Ich habe... Das ist... Ich... Ich... Ich habe... Ich habe... Ich... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich... Ich habe... Ich... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ein... Ich habe... Und... Ich habe... Welcher Tag war ein Gürteltier? Frail? Ah, doch. Frail war das. Passt so schön wegen der Herbstzeit. Was ist das für ein Gürtel? Ganz ruhig bleiben, Julia. Ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich kann für nichts garantieren, wenn ich heute nochmal Mick Jagger lese. Dann wäre euch nochmal blöde hier. Oh, Vögel, ey. Jetzt reicht es langsam echt. Ich kann jetzt nicht mit euch spielen. Ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben. Ja. Das ist hier Arbeitszeit. Hm. Ich sage dazu nichts mehr. Hier. Eat, eat my Augenringe. Das kann gar nicht Jagger sein. Der ist jetzt schon über zweieinhalb Stunden zu sehen und nicht geheiratet, also. Ich mache jetzt ein Bild von Mick Jagger auf und vergleiche jetzt. Nee, nicht mit Doppel-E. Noch eine viertel Stunde. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Der hat so null, null Ähnlichkeit mit Mick Jagger. See what you, what I mean? Do you see what I mean? Das ist nur dieser fucking Mund. Aber der muss so sein. Weil er ja gerade singt. Nix da, Mick Jagger. Das ist null, Mick Jagger. Mick, Mick Jagger. Ich hätte gern einen Mick Jagger. Ein Mick Jagger. Mit großen Lippen. Das sind so diese verfluchten Assoziationsverknüpfungen. Die treiben es manchmal ganz schön wild im Kopf, ne? Ich kenne das. So, jetzt gehe ich mal ins Zimmer. Das ist ärgert. Sagt mal ihr zwei! Ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Hallo, hallo Sie. Wollen Sie einen Toast hier gewinnen? Einen Heferschund oder Vierzische? Vielleicht sogar eine Kuse-Schmatze? Nur Zürzekeit. Aktionswochen bei Kentucky Schreitfieten. Ich beiße dir den Kopf ab, du kleiner Scheißer. Ein kleiner Terrorvögel. Ihr seid Terroristen. Du bist ein Terrorist. Ein ganz großer Grüner. So. Jetzt möchte ich hier in Ruhe arbeiten, ihr Lieben. Das haben sie mit Absicht gemacht. Nur, dass ich sie so rüberhole. Könnten ja hier rüberfliegen und sich hier hinsetzen. Aber nee, sie wollen abgeholt werden, ne? Aufmerksamkeit! Nee, die wollten einfach hier rüber. Guck mal, jetzt sind sie nämlich still. Das gibt's nicht. Die macht mich manchmal wahnsinnig. Wirklich. Und Ruhe ist. Das ist so, das ist einfach so krass. Die haben, die haben mich voll im Griff. Voll im Griff. Die kleinen Terroristen. Aber du kannst ihnen nicht böse sein. Du guckst sie wieder einmal an. Und es ist wieder alles vergeben. Alles vergessen und vergeben. Und das zieht halt bei denen. Die wissen das. Und die setzen das ja auch taktisch ein. Die machen dann den ganzen Krach, damit ich die beiden abholen kann hier. Oh, du hast richtig heiße Füßchen, Benjo. Hast du denen so heiße Füßchen? Mhm. So. Der Bläser. Schluck auf. Multiplizieren. Benjo, Benjo. Mama klotzt die ganze Zeit ins Leere. Die hat auch Zeit, mit uns zu spielen. Ja. Am besten 24 Stunden sieben. Es gab mal eine Zeit, da konnte ich hier so zwei, drei Stunden für mich alleine sitzen und zeichnen und arbeiten. Das geht gar nicht mehr. Die können halt überhaupt mit der Rimka klopft 45 Bits raus. Die können überhaupt nicht mehr für sich alleine sein. Das ist kein gutes Zeichen der Erziehung. Mein Berry, danke schön für deine 45 Bits. Oh, süß-sauersauce. Lecker. Ich wünsche dir ein gutes Gelingen, Frau Blume. Mh. Da könnte ich jetzt auch nicht Nein sagen. Mann, ich kriege schon wieder Hunger. Mh. 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 So, ich beeile mich. Ich habe nur noch sehr wenig Zeit. Sehr wenig Zeit. Dann muss ich das hier unterbrechen, aber es ist ja nicht mehr viel. Und dann machen wir Anna und Tommy. Ich möchte nicht die Menschen enttäuschen, die sich auf Anna und Tommy gefreut haben. Und dann zeichnen sie sich schon wieder olle Gummihühne, die blöde, die blöde Kuh. Dicken, fetten Döner. Oh, das ist gemein. Ich will auch einen dicken, fetten Döner. Oh ja, die Woche noch gar keinen. Ich esse ja eigentlich immer jede Woche einen Döner. Oder einen Dürum. Das ist gemein. Aber ich hoffe, er war lecker. Dieser Emote ist ja geil. Sehr schön. Das ist so gut. Ich wollte nicht von Essen reden. Ja, Lavendelregner. Ich finde es auch gerade sehr schwierig. Damit man doch wahnsinnig. Oh, so lieb wärst du, Red. Oh. Ach, das ist um halb drei noch weiter. Ein anderes Thema, oder wie? Genau. Wir werden dann Anna und Tommy streamen. Und es wurde vorhin sich gewünscht, dass wir Pfoten zeichnen. Also Anna und Tommy bedeutet ja, dass wir uns mit Anatomie beschäftigen, mit Posen, wie man Haare zeichnet. Also alles, was so unter dieses große Stichwort fällt oder fallen könnte. Und genau, wir wechseln dann nämlich das Thema. Wir bleiben noch im Artbereich auf jeden Fall. Aber lassen hier dieses Gummihuhn dann erstmal ruhen. So, die Zähne brauchen auch noch Schatten. Ich mache das dann morgen in aller Ruhe fertig. Ich hätte ja sowieso noch was anderes vorgehabt morgen. Soll ich den nämlich auch noch in Angriff nehmen? Ach, das siehst du dann sowieso nicht mehr, ob da noch Schatten drin ist. Eigentlich schon wieder Käse, dass ich mir schon wieder zu viel zu viel in die Details Oh, jetzt kommt die Nachmittagsmütigkeit. Oh je. Also ist gar nicht gut. Oh, selbstgemachte Kürbissuppe oder Currywurst, ein Topf. Lecker, lecker, lecker. Fett von Seesers. Seesers? Was ist Seesers? Wo komme ich heute Abend? Hätte da auch gerne mal einen Stream-Wunsch. Hat da aber nichts mit einer zu... Shycrafts, was wäre das denn? Vielleicht können wir das ja irgendwo, irgendwann, irgendwie, ähm, ja, implementieren. Ich liebe dieses Wort. Ich liebe dieses Wort. Hey, los! Oh, leider. Skorps, Hallöchen. Dankeschön. uns geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hier passieren Dinge. Döndraulitsspart steckt fünf Zahlungsmitteleinheiten ins virtuelle Sparschwein, nennen wir für den Dönerlieferdienst. Jan, du bist doch verrückt. Dankeschön für deine fünf Dönergeldstücke. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja lieb. Boah, mit Döner-Emote? Wie geil ist das denn? Du bist ja ein Schatz. Oh, jetzt will ich die vier da essen, am liebsten. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Nicht so tief, Rüdiger. Hey, keine, keine, keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht so tief, Rüdiger. Rüdiger, Rüdiger, bitte. Rüdiger, Rüdiger, bitte. Oh Gott. Dankeschön, Friede, für das Geschenkabo für Amine. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. und Mindberry, vielen lieben Dank für deine, was? 200 Salzbits. Vielen lieben herzlichen Dank. Oh, oh, Dürum, ich habe so Hunger jetzt da drauf. Schreiben kann ich heute auch nicht. Ne, ach, ich kann heute nicht sprechen. Ich kann eigentlich nicht sprechen. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass ich überhaupt, dass ich überhaupt sowas verstehe. oh, vielen, vielen lieben Dank. Ja, die Luft wird ganz langsam dünner hier, oder, Banjo? Wäre das toll, wenn ich jetzt ein Fenster aufmachen könnte. Aber das geht nicht mit den Bödis. Oh, die Müdigkeit. Ah, Himmel. Geh weg. weiche von mir Müdigkeit, Satan. Ich fahre heute nach Gräven. Och, das ist ja, das ist ja wirklich nicht weit weg. Sind Vogelnetze vom Fenster eine Sache? Vogelnetze? Es ist gar nicht mal so verkehrt, weil ich sowieso es sehr schön fände, 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 wenn ich mal die Fenster aufmachen könnte, ohne Angst haben zu müssen, dass die Vögel mir abhauen oder sich erschrecken und dann rausfliegen. Oben hatte ich ja so Fliegen, Fliegen geht da davor. Die Terroristen, ja. Die sollen ja hier bleiben, die Terroristen. Ich wäre schon sehr, sehr traurig, wenn meine kleinen Terroristen nicht mehr da wären. Das geht doch nicht. Geht, Benjo? Das geht doch nicht. Jetzt habe ich mich gestoßen. So, so, meine Damen und Herren, wir sind, noch fünf Minuten habe ich, dann switchen wir zu Anna und Tommy. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Das ist aber lieb von dir, dass du mich putzt, mein Süßer. Bist ja ein richtiger Schatz, du. Du kannst ganz lieb sein, wenn du willst, ne? Aber erst mal macht ihr Terror. Kleine Terrorhühnchen. Terror, damit die Julia reagiert. Wir wollen Aufmerksamkeit. Ja, wir plädieren für mehr Aufmerksamkeit. Och, das ist ein Silber, ne? Schade, dass man den Schlips nicht noch mehr sehen kann. Der ist nämlich Silber. Und so blauen Quadraten drauf. Ich muss gleich mal die Playlist wechseln. Da wird gerade so viel erzählt. Hast du Holz oder Kunststofffenster? Holz. Jetzt hast du mich überlesen. Nein! Entschuldige. Perspektiven zeichnen Fluchtpunkt. Oh, das können wir sehr gerne machen, Shycrafts. Das passt doch super in Anatomie, weil genau solche Sachen behandle ich ja dann auch dort. Wir haben sogar mal einen Stream dazu gehabt, aber wir können das gerne nochmal hochholen. Warte mal, ich kann den mal gerne zeigen. Ach, mach ich gleich in Anatomie. Mach mir schon mal auf. Ich muss gleich die Playlist ändern, da wird mir gerade zu viel gesungen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, glaube ich. Studien und Learning. und die Playlist müssen wir ändern. Das ist doch ein bisschen zu viel gesungen. Und wo viel gesungen wird, das ist gefährlich. mit einem Tacker Metal Fliegengetter und gut. Oh, das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre auch eine Möglichkeit. So. Jetzt kommt die Nachmittagsmüdigkeit. So, noch zwei Minuten. Noch zwei Minuten. Da färbe ich schon mal die Outlines von den Haaren ein. Das schaffe ich noch. Jetzt verdauen sie alle ihr Mittagessen. Magik. Oh, die schöne Mittagsruhe dahin. So. live can be so sweet on the sunny な nature life can be La 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 immer wenn ich an meiner ebenen effekt auswahl kommen komme ich euch ganz nah so jetzt kann ich auch schreiben bin schon 15 minuten hier zum döner ich hatte gerade leckern ein halbes o leute schreibt doch so was nicht jetzt habe ich das super oder für deine papa gerne hast es auch so gemacht und der montagsmärchen onkel hat einen buch kommen sowas brauchst du auch für donnerstags ein oder meinst du so ein buch counter wo man wo man wo man das zählt nicht die augen essen benjo so ein gruseligen ich habe nur das hier wuschel kuschel fusselbirne hallöchen und dankeschön für deinen follow wow das ist der längste niedlichste nickname den ich ja jemals glaube ich vorgelesen habe ist das cool sehr sehr schön schön dass du da bist so wir haben so gut wie fertig den mache ich morgen früh fertig der wird dann glaube ich für der kommt dann nach dem sailor hohen würde ich sagen also der erste ist jetzt ja bettun mit eineinhalb jahre regentschaft resub regentschaft dann kommt der obelix das sailor hohen und dann kommt david ja hoheni keine ahnung wie ich ihn nenne die mache ich dann morgen ready aber ich denke mal der wird ganz gut und klein funktionieren mein gott das ist einfach so geil das ist einfach so cool ich könnte sogar noch und ich könnte die matte sogar noch ein bisschen größer machen ich mache ich das sogar das mache ich auch morgen so wir speichern machen das hohen jetzt zu machen das zu machen das zu machen das zu machen das zu und ich wechsle mal das overlay hallöchen einen schönen freitag wünsche ich dir schön dass du reingeschaut hast oder noch rein schaust aber erst mal erzählt ja die tat an sich so also hier ist mal so ein kleines beispiel ich hatte mal vor auch keine ahnung wann das war das ist schon ein bisschen was her da hatte ich hier schon mal perspektive hatten wir uns mal mit perspektive befasst oder haben wir diese banane hier aber damit kann man gar nicht sehen gerade diese bei jane da das ist die zyklopen banane mit der müsste man eigentlich auch noch was machen genau fluchtpunkt aber ich weiß leider nicht mehr genau wann das war weil man bei mir kann könnt ihr euch alle bisherigen streams bei youtube anschauen ich hatte nie im kunstunterricht perspektivisches zeichnen wir nur kinder kalender ausgemalt aber das holen wir jetzt hier einfach nach ein bruder von plankton ja genau kann ja mal gucken genau da hatten wir die zwei flucht punkt perspektive mit zwei flucht punkten da kann man auch schöne schöne übungen machen die zwei flucht punkt perspektive wo wir dann halt hier rechts ein flucht punkt brito und dankeschön für den support was haben wir noch mal genau und das ist die einfachste methode flucht punkte zu zeichnen und das ist schon drei flucht punkte schon ein bisschen mehr zeit in anspruch aber es ist macht zum beispiel viel sinn wenn ihr eine stadt zeichnen wollte viel marvel comics sieht man auch die drei flucht punkt perspektive mit den ganzen hochhäusern zum beispiel da bietet sich das sehr sehr an so aber wir wollen uns heute mal um das thema pfoten kümmern und ich glaube ich habe dazu gar schon irgendwo was versteckelt hier also man lasst mich mal hier gucken das ist besser ich hatte hier mal katzen gezeichnet irgendwann und dabei gab es glaube ich auch fötchen konstruktion dann machen wir erstmal das auf für blanco roberto blanco wo habe ich die katzen und hier skizzen vielleicht oh da hatten wir mal wombatze wombatze gezeichnet wisst ihr noch damals oh falco genau sowas ja und hallöchen anne moin einen schönen freitag wünsche ich dir ich hatte damals in der schule ein würfel sah ein bisserl aus wie ein puzzel würfel in 3d halt geometrie zeichnen okay ich wünschte wir hätten sowas gemacht wir haben noch ganz komische dinge gemacht im kunstunterricht der war nie wirklich der war nie wirklich so dass man da irgendwie was lernen konnte ich fand das immer sehr sehr schade also ein bisschen habe ich schon kunst gerne gemacht oder oder hätte ich gerne gemacht aber ne ne der sagt noch nicht bei keine sorge wo habe ich meine katzen ich habe die doch neulich noch aufgehabt gehabt aufgehabt gehabt okay ich lasse das jetzt mal so stehen konstruktion karnevaltiere wortspiele hände expressions expressions ach egal wir fangen da jetzt einfach nochmal von vorne an also wie ich euch schon sagte nehmt euch erstmal eine schöne referenz das ist das ist sehr sehr wichtig kannst du minecraft das end also kampf gegen den endendrang mit den obscenium türmen ne ich habe minecraft nicht mit mir gespielt oh hacker pixel wir machen gleich birdie niam niam ja weißt du warum die sind gerade so so ruhig und entspannt ich würde die gern ungern jetzt da rausreißen irgendwann der banjo der pitt mir die schon ein wir machen aber gleich birdie niam niam dann werden wir das einlösen versprochen ich bin gerade so froh dass die gerade so ein bisschen entspannt sind und runterkommen die waren nämlich bis eben noch unglaublich unentspannt ähm so pause ich empfehle euch immer wenn ihr nach referenzen sucht nehmt englischsprachige begriffe ihr habt dort viel 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 mehr ähm lösungsbeziehungsweise ergebnisse hier zum beispiel haben wir doch ein schönes bild oh morgi dankeschön das ist lieb oh wie cool so richtig high five mäßig ne oh cool dann nehmen wir das gleich was ist in dem discord hier schon wieder passiert himmel und steffi hat mir nochmal so handgelenkschoner geschickt das ist ja lieb danke okay dann versuche ich jetzt mal das bild von morgi fox so ein bisschen zu analysieren seht ihr bei anna und tommy da analysiert man ab und an mal wenn es passt nehmen wir uns erstmal einen schönen stift mit dem wir uns komfortabel fühlen ähm ich nehme mal sehr gerne von den clipstudio paint vorgefertigten bleistiftspitzen irgendeine mit der ich okay die ist gerade ein bisschen komisch vielleicht können wir ja den druck oh der druckbleistift ist ganz gut aber er könnte ne der ist mir ein bisschen zu na komm wir nehmen den ähm schade den kampfarena vor mir zum beispiel in gladiatoren erinnern das würde ich in youtube bei einer grüße mal schon mal panorama und fisch auf ein perspektive put aber ich krieg nicht alles fischauge ist auch richtig schwer boah ähm na wartet mal ich muss die kamera ein Stück nach unten machen wenn ich nichts aber gerade zum foto habe ich zum abwinken geil ist hier das a-word nein ich habe wirklich anna gesagt oder nein nein ich sage es jetzt nicht also das gute ist ja wir haben jetzt hier in dem bild von morgi sogar noch eine hand wir können uns auch wenn ihr euch nicht komfortabel damit fühlt den stabilisator etwas hoch machen aber nicht zu viel also noch so viel dass ihr ein bisschen kontrolle habt ähm ähm was ist eine fischaugen perspektive ähm ähm hast du bestimmt schon mal gesehen wenn ähm die erst mal ist es rund man geht da nicht von 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 ähm parallelen linien aus sondern man orientiert sich dann eher an äh einer runden form ich zeige dir mal ein paar beispiele wait for it wait for it so hier haben wir ein paar beispiele also so das ist zum beispiel auch sehr sehr gut ähm dann orientierst du dich quasi an einer kugel an einer runden form hier ist auch nochmal ein beispiel muss man ein bisschen umdenken man kann da auch schon ein bisschen ähm freier mit sein in der fotografie gibt es auch diesen fischei effekt ähm man verzerrt es quasi so ein bisschen also man hat hier quasi nicht Parallelen ähm sondern orientiert sich wie gesagt an einer runden form was sehr interessante effekte machen kann genau ein extremer weitweg ist auch ein schöner begriff dafür das stimmt ähm beim fischauge sind doch wieder dieselben drei punkte und dass die nähe in den randbogen natürlich verlaufen oder das nennt man so fischauge oder hast du gelernt ich kann eine vogelfrochperspektive ja die wort auch wenig äh nicht ganz so häufig verwendet man sieht sie auch nicht so häufig sie ähm ähm man sieht sie vereinzelt bei einzelnen artworks das ist schon ganz cool wir können ja mal gucken fischai perspektive artwork ob es da coole Sachen gibt ja sieht ein bisschen aus wie besoffen wow wow dankeschön irgend so ein typ und äh just guy green mad twitch vielen lieben dank für deinen follow für eure follows und einen schönen freitag wünsche ich euch fischauge sieht man oft wenn jemand mit einer action camp ja oder da genau so jetzt geht's aber erstmal voll auf die Pfote oh das ist gut dass hier noch eine hand ist weil oh mein Gott Hände wie lange sind Hände schon her bei mir ähm bei Händen bietet sich auch immer an warte mal ich geh mal ein bisschen mit der ähm Deckkraft runter bei Händen ist es auch von Vorteil wenn ihr euch erstmal so eine Grundform in der Hände sind ja jetzt nicht so also das kann man sich schon so als als vielleicht als Grundform zurechtlegen ähm sondern mehr gewölbt also dieser Bereich ich mach jetzt gerade eine Hand von der Seite so gewölbt und da sind dann die Fingerchen dran ne die Würstchen die kleinen die kleinen Würstchen und bei jedem Menschen ist das ja unterschiedlich ne manche haben glaube ich äh einen längeren Mittelfinger manche haben dafür einen längeren Ringfinger ähm in der Regel ist der der Mittelfinger nein ich mach nein nein ich zeig das jetzt nicht aber die Länge des des Zeigefingers und des Ringfingers ist bei jedem Menschen unterschiedlich also das kann hier passieren Dinge und Rautka dankeschön für dein oh es ist schon zwei Stunden her Antonia's Art dankeschön für dein Hose und da resubt sie erstmal du Liebe du Liebe sehr vielen lieben herzlichen Dank und herzlich willkommen ihr lieben Raider ihr seid bei YouLiluart gelandet mit ihren Braunkopf Sittichen Benjo und Kasui die gerade sehr Gott sei Dank sehr entspannt sind eben sah das alles noch ein bisschen anders aus und wir befassen uns gerade mit Händen und Pfoten ich versuche immer freitags einen ähm Stream zu machen wo wir uns mit anatomischen ja Zeichenfragen beschäftigen und in dem Fall dreht sich heute alles um das Thema Pfoten und jetzt habe ich gerade hier ein Bild von der lieben Morgi Fox zugesendet bekommen ähm was wir jetzt zusammen analysieren und ich sehe schon ich habe etwas ganz ganz Schlimmes getan ja auf eine Ebene gezeichnet tut das bitte nicht fast erwischt was ist fast erwischt genau weil nämlich vorhin der Wunsch reinkam oder die Bitte ähm dass wir mal ähm Pfoten zeichnen so ich versuche auch mal heute ein bisschen mehr aus der Schulter zu zeichnen das kann ich euch auch empfehlen aus der Schulter ähm euch anzugewöhnen gerade diese gröberen Sachen da habt ihr viel viel mehr Freiheiten und verwackelt dann auch weniger so speichern als ich nenne das mal Pfoten oder generell Tierarme und Beine könnte man auch dafür nehmen ne ähm so wo ist mein Blanco 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 Arbeiten Kopieren Arbeiten Einfügen Löschen gut so jetzt haben wir das auf eine Ebene äh nicht mehr auf eine Ebene das ist ganz wichtig ich bin schon gewundert gerade warum ich nicht mehr so richtig schön ähm radieren konnte so hier haben wir jetzt den Daumen gucken wir uns mal den Daumen an also erstmal können wir ein grobes Würstchen machen und dann können wir schon mal gucken wo sind hier die die Negativräume wo sind hier Auswüchse wo sind hier Falten wo sind keine Falten wie lang ist etwas da kann man nämlich auch schön noch seine Hand äh Augenkoordination ein bisschen schulen mit und auch die Wahrnehmung selbstverständlich die gehört da auch mit rein so und das Foto geht jetzt nur bis hier können wir ja gleich mal versuchen ob wir das ähm so vervollständigen können oh das ist aber eine süße Foto das ist aber eine süße Foto guck mal eine Katze die hat ja eigentlich auch so ähnliche äh also die eine Katze hat auch einen Daumen ne so ein bisschen hier so rüber es muss ja auch nicht exakt so äh so aussehen wichtig ist dass man äh verstanden hat wo was hingehört wie lang etwas ist ohne dass es ähm ja komisch oder falsch aussieht wir schälen uns jetzt auch nicht über jedes äh um jedes einzelne Härchen das kommt dann alles erst viel 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 später also wenn wir bestimmte Formen erstmal erfassen wollen dann ist es nicht wichtig dass wir jetzt jedes Härchen malen das sind wieder Details die die erstmal unnötig sind wenn wir das ausarbeiten wollen würden dann sähe das wieder anders aus dann wäre das irgendwann einer der letzten Schritte aber wir wollen uns erstmal auf die ähm wesentliche Dinge konzentrieren hier ich glaube das sieht noch ein bisschen verrückt aus weil das hier echt ganz schön niedlich gut sehen kann wie so dieser Daumen abgespreizt also dieser Katzendaumen das ist echt mega niedlich sieht man nicht so häufig die Würstchen sind nicht grob die sind ziemlich dick dicklich fein ähm da hat es Felix Baumgartners Sprung erwähnt der wurde von der DPO als ungültig erklärt wegen übertreten ja ich halte davon nichts von der Aussage das ist Käse es kommt immer drauf an was du machst ich äh möchtest du lieber ein bisschen malerisch arbeiten dann brauchst du nicht unbedingt äh Ebenen oder wenn du jetzt sowas wie ich hier machst ähm übst ein bisschen Studien machst ähm ich habe auch ein Porträt mal gezeichnet wo ich nur eine Ebene verwendet habe ich habe noch nicht mal Outlines oder eine Skizze verwendet das ist alles äh eine Sache die dir obliegt das darf dir niemand oder muss dir niemand vorschreiben mach es so wie du dich am wohlsten damit fühlst ich finde es wie gesagt sehr von Vorteil wenn du eine Auftragsarbeit hast und dann irgendwelche Farbänderungswünsche nach Fertigstellung kommen und wenn du dann alles auf einer Ebene hast hast du ein Problem dann kannst du noch mal fünf Stunden aufwenden um irgendwie die Gesichtsfarbe zu ändern dann hättest du das nicht auf eine Ebene sondern separate Ebene für die Gesichtsfarbe dann bist du in ein paar Sekunden fertig ja ja ich weiß Jan ich weiß es gibt auch viele die das die das ernst nehmen und sich dann wirklich Gedanken machen was soll ich denn jetzt machen was ist richtig und was falsch es gibt kein richtig und falsch es gibt viele Mittel Wege die man einschlagen kann um eine Sache fertig zu stellen letztendlich zählt wie du dich am wohlsten fühlst mit was und von vielen Dingen erfährt man vielleicht auch erst später oh ich sehe gerade der Winkel stimmt gar nicht von dem von der Pfote das ist nämlich das allerwichtigste auf was ich immer meistens nicht so achte der Winkel von gewissen Dingen ich zeige euch gleich mal wie wichtig Winkel sind wenn man auch Posen zeichnen übt da sind die Winkel das mit das wichtigste woran man sich orientieren kann und auch muss damit die Pose auch ähnlich aussieht also nicht 1 zu 1 das muss wirklich nicht sein wichtig ist nur dass es ungefähr stimmt und die Proportionen hinhauen und das anatomische die Muskeln alles an an richtiger Ort und Stelle ist aber wenn da jetzt mal irgendwie ein Strich es geht ja nicht dazu geht darum 1 zu 1 ein Bild so abzubilden wie es dort ist das können auch Fotoparade dann kann man auch Fotografie lernen es geht ja echt um das Wesentliche dass man versteht wo was hingehört und warum deswegen ist es auch wichtig wenn ihr euch mit Anatomie beschäftigen wollt oder lernen wollt Körper Posen zu zeichnen euch auch damit zu beschäftigen wie sieht es unter der Haut aus auch wenn es noch so eklig klingt aber sowas wie Ausstellungen es sind ganz ganz wichtig und sich auch Bilder anzuschauen wie von Knochen von Skeletten wie wie die Muskeln sich verhalten wenn ich jetzt den Arm hebe die Schulter die ganzen Muskelbereiche und es gibt unglaublich viele Muskeln die wir haben und die verhalten sich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise wenn wir uns bewegen und das hilft so ungemein wenn wir das Zeichnen lernen wollen das ist wie für einen Musikkünstler Noten zu lernen das ist quasi Grundwissen und Zeichnen beinhaltet nicht nur ein Gebiet sondern ganz ganz viele Teilgebiete Anatomie ist ja nur ein Teil warum sagt sie immer Po weil der Butler sich sonst angesprochen fühlt oh warte mal hier muss ich noch ein bisschen mehr meine Nase wird schon wieder so trocken oh man Sui schläft glaube ich gerade bei mir auf dem Schoß oh Muschien Sui hallo grüß dich geht sie gut geht sie gut da unten aber man kann sich schon ein paar Eselsbrücken bauen genau Eselsbrücken helfen immer beim Lernen das stimmt ich muss den Finger ein bisschen dicker machen aber egal wir wollen ja ja uns ein bisschen mehr auf die Pfoten konzentrieren schläft 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 Könnte man ja hier auch an... Gut, die Foto ist jetzt schwarz. Das macht es ein bisschen schwer für mich zu erkennen, wo gewisse Licht- und Schattenverhältnisse liegen. Aber so grob passt das, glaube ich, schon. Man kann ja an manchen Stellen noch ein bisschen Fell andeuten, damit man weiß, aha, das ist keine nackige Katze, das ist eine gefällte. So, hier können wir noch ein paar kleine vereinzelte Fältchen reinzeichnen, damit man auch sieht, das ist ein organischer Gegenstand, beziehungsweise eine Person. Ja, unsere Haut hat ja besondere Eigenschaften, physikalische. Sie hängt mit dem Alter. Nein, nein, sie ist ja sehr elastisch. Und das muss ich dann mit natürlich rein. Genau wie mit, oh, Faltenwurf, das ist auch so ein Ding, das müsste ich eigentlich auch mal wieder ein bisschen mehr rannehmen. Auch sehr viel vernachlässig, genauso wie Hintergründe zeichnen. Aber dafür haben wir ja dieses Format. Ich glaube, mir geht es nicht alleine so. Es sind bestimmt noch einige unter euch, die da auch vielleicht ein bisschen Nachholbedarf haben, beziehungsweise überhaupt Bedarf haben, sich damit zu beschäftigen. Also, nur ganz grob jetzt hier, ne? Also, geht ja nicht darum, jedes einzelne kleine Fältchen darzustellen. So, da das Bild jetzt, wie gesagt, nur bis hierhin geht, lasse ich das jetzt auch so. Guck mal, einfach so. Die verschwindet hier im Dunsthauch des Nebels. Ich glaube, ich würde den Daumen noch ein bisschen... Der sieht ja komisch aus. Könnte noch ein bisschen dicker sein, ne? Willst du mich wieder putzen, mein Süßer? Die Nase brauchst du nicht putzen. Meine sind zum Beispiel, eine Hand ist so groß wie ein Gesicht. Oh ja, stimmt, ja. Ein Fuß ist so groß wie ein Unterarm. Ohne Hand. Ein Unterschenkel, Oberschenkel und Oberkörper lassen sich wie eine Zermonika zusammenfalten. sind so gleich lang. Ah, das ist ja cool. Das letzte kannte ich noch gar nicht. Unterschenkel, Oberschenkel und Oberkörper lassen sich... Genau, solche Eselsbrücken, die helfen wirklich ungemein. Alles klar, Seven, mach's gut. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Oh je, ich hoffe, dir geht's gut. Irgendwie hab ich das Gefühl, dir geht's nicht so gut. Aber ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende. Erhol dich gut. Nee, du musst dich nicht dafür entschuldigen, Seven. Ich hab dafür vollstes Verständnis, äh, vollstes Verständnis, Mensch. Um Gottes Willen. Och Mensch, drück dich mal. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist passabel so. Gut, dann machen wir das mal ein bisschen kleiner. Da können wir noch was daneben zeichnen. Oh Gott, meine Nase ist grad so mega dicht. Dann machen wir uns mal da hin. Peaches, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Einen schönen Freitag wünsche ich dir. Ja. 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 Komm her, du Schnecke. Set's nur wieder vor. Hm? Set's nur wieder vor. Komm her, Benzo. Puppi. Puppi, Benzo. Puppi, Puppi. Oh, der war schwer. Der war schwer. Ja, Martin. Ich bin noch da. Ich bin noch ungefähr eine Stunde da. Gut. Bleib nicht hängen, Mäuschen. Gut. Jetzt gucken wir uns mal Hundefoten an. Da habe ich nämlich auch schönes Exemplar hier. Ich würde erst mal mit der Grundform anfangen. Dann nehme ich ein bisschen... Ups, aber... Die, ähm... Die Sett... Die Deckkraft. Uh. Was ist denn jetzt passiert? Die Deckkraft drunter. Und Hühnerpfoten. Okay, machen wir. Ich gucke gleich mal. Da findet sich bestimmt Bildmaterial. Bei einem Hund, guck mal... Oh. Ich finde es auch interessant, wenn man mal so ein bisschen eckiger arbeitet. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu dick geworden. Okay. So. Das ist ungefähr die Mitte. Also, wie gesagt. Ihr könnt auch, äh... Hier habe ich noch gar nicht gesagt heute. Ähm... Gerne mitzeichnen. Sucht euch, ähm... Ein paar schöne Referenzfotos von... Einfach Paws mal eingeben. Animal Paws. Oder, ähm... Das Tier, was ihr sucht. Dog Paw. Cat Paw. Tiger. Lion Paw. Und, äh... Macht einfach mit, wenn ihr Lust habt. So, ich bin erst mal weg. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Du schreibst mich einfach... Machen wir so. Dankeschön, Morgi, dass du da warst. Und bis später. Genau. Ich werde nach dem Stream erstmal eine kleine Pause machen. Ähm... Und dann würde ich, ähm... Mich dich einfach nochmal anschreiben. Dann können wir nochmal ein paar Rundchen drehen heute Morgen. Da freue ich mich schon. Und macht den noch einen schönen Nachmittag. Kufu Ponda. Oh, das klingt irgendwie stylisch. Ponda. Und so. Ich weiß jetzt leider nicht, zu welcher Hunderasse diese Pfote gehört. Aber ich vermute mal... Irgendwas sehr Großes. So, die machen wir uns mal... Klein hier irgendwo in die Ecke. Ich habe einen süßen Hund neben mir liegen. Da muss ich nichts suchen. Och, das ist das... Das ist natürlich das Beste. Das ist das Beste. Was hast du denn für einen Hund, wenn ich fragen darf? Ich habe noch nicht versucht, meine Vögel zu zeichnen. Ich glaube, das wird schwer. Sie haben halt auch selten Momente, wo sie, ähm... Ja... Zeichenbar sind. Oder wenn man ein Streifenhörnchen hat. Und da... Das ist auch sehr, sehr schwer, das in Ruhe zeichnen zu können. So, hier geht es kurz rein. So, hier geht es kurz rein. Biverterrier. Den muss ich jetzt mal googeln. Biverterrier. Also, ein Terrier weiß ich ja, was das ist. Aber ein Biverterrier... Mal gucken, ob ich den erkenne. Einführen. Ah, die sind das. Och Gott, die sind ja trollig. Und dann noch dreifarbig. Also, für alle, die noch nicht wissen, wie ein Biverterrier aussieht, passt mal auf. Also, ich wusste es nicht. Und wie heißt er oder sie? Flauschig, ja. Der Vorteil von Hunden gegenüber Katzen, die Chance, dass der Hund liegen bleibt beim Gezeichnetwerden, ist höher. Das glaube ich. Das glaube ich. Ja, oder wenn man eine Schlange hat, ist das glaube ich auch ganz okay, ne? Dass man da genug Material zum Zeichnen hat. Was ich euch auch empfehlen kann... Gut, jetzt ist es ein bisschen blöd mit der Zielgeschichte. Aber wenn die ganze Sache vorbei ist, schnappt euch einen guten Freund, eine gute Freundin und geht zusammen mal in den Zoo. Das ist so toll. Und zeichnet da ein paar Tiere. Das ist auch eine gute Übung, da auch mal schnelle Tiere zu zeichnen. Wie so flinke Äffchen oder so. Wirklich das Wesentliche auch einzufangen. Das ist etwas, was ich auch unbedingt noch ganz viel üben muss. Ich bin auch so ein Mensch, der sich dann unglaublich in den Details verlieren kann. Und im Fell zeichnen ist die Jelena eine wahre Spezialistin. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich glaube, Jelena, du lernst durch die ganzen Tiere, die du wahrscheinlich zeichnest, auch unglaublich viel über Anatomie der Tiere. Und quasi noch so ein Zusatzbonus. Auch wenn man sich da gar nicht so richtig drauf konzentriert. Man ist ja dann doch ein Weilchen an dem Bild beschäftigt. Und das geht doch dann in Fleisch und Blut über. Also kann ich mir gut vorstellen. Hallöchen Donny! Schule li-le-le-le-le-le-lele-lala-la-la-la-la. In the morning. Und lass mal. Wie ging das Lied? Lalalala. Lalala in the morning. Irgendwie so, ne? Bin ich bekloppt, ey? Nein, bist du nicht, Eva. Ich habe den Stream am Rechner laufen und chatte über Dankchat. Oh, ich wundere mich die ganze Zeit, warum du und keiner reagiert. Und gerade sehe ich, dass ich die ganze Zeit im falschen Chatfenster bin. Oh nein, Eva. Und irgendwo anders am Stream schreibe, die werden sich auch denken, Mann, ey, und ich bin bestimmt schon in dreiviertel Stunde mindestens hier. Oh, Eva, das ist ja geil. Hat da schon jemand im anderen Chat reagiert? Ey, was will die? Wieso erzählt die jetzt so komische Sachen? Das ist irgendwie witzig, sorry. Ach Mensch, aber schön. Schön, dass wir uns jetzt unterhalten können ordentlich, Eva. Moin, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Oh, made my day, made my day. Okay, ich habe gerade schon wieder so Pipi in den Augen jetzt. Oh, herrlich. Das könnte so ich sein, Eva, wirklich. Das könnte so ich sein. Ich glaube, ich habe auch schon mal so etwas Ähnliches vollbracht. Macht dir keinen Kopf darüber. Es ist Freitag. Es ist Freitag. Genau, es ist Freitag und alles ist gut. Wir haben Spaß. Das ist das, was zählt. Ah, schön. Ja, Mäuschen, wir sind hier oben. Wir malen Pfoten. Ich glaube, der kleine Finger muss noch ein bisschen größer, ne? Der sieht irgendwie... Irgendwie sieht er ein bisschen dünner aus. Ach, das macht Spaß. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Anatomie-Stream gemacht. Das ist wirklich cool. Super entspannend. Aber das solltet ihr auch so betrachten. Wenn ihr so Studien-Skizzen macht, da kann man so schön bei ihr entspannen. Oh, was... Super! Mäuschen! Was machst du da unten mit meiner Hose? Pudding Haut! Einen schönen Freitagnachmittag wünsche ich dir. Schön, dass du reinschaust. Motz und Chat, wie geht es euch denn so? Uns geht es soweit ganz gut. Die Nase ist gerade ein bisschen trocken, aber ich glaube, es liegt in der Heizungsluft. Oh nein. Und bis eben waren die Vögel ganz entspannt, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig. Sie haben so ihre Phasen. Wie war denn deine Woche, Pudding Haut? Ich hoffe doch angenehm. Und jetzt ist erst mal Wochenende angesagt. Jetzt können wir, egal wie die Woche war, sie einfach hinter uns lassen und uns der Glückseligkeit frönen. Ach, Hühner, Hühnerbeine. Hühnerfüße müssen wir ja uns auch noch... Die suche ich gleich mal raus. Pff, mir ist das noch nie passiert. So, so. So oft, auch beim Raid passiert mir das häufig, dass ich dann irgendwie noch im falschen Chatfenster bin und dann, hä, wieso, wieso, wieso schreibt denn jemand und wieso ist das so komisch? Bis man das dann erst mal realisiert. Oh je. Was ist denn hier wieder passiert? So, Hühnerfüße. Ich guck mal danach. Chicken. Chicken feet. Chicken feet. Oh nein. Nein. Bitte, gebt nicht Chicken feet ein bei Google. Ich wollte eigentlich Hühnerfüßchen zum Zeichnen raussuchen und dann kriege ich sowas hier. Oh. Das ist gar nicht gut. Ich, 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 ähm, ja, ich, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hab plötzlich kein Appetit mehr. Auf gar nichts. Oh, ich bin im falschen Overlay. Upsi. Sorry. Könnte blutig werden. Ja, ne? Oh. Oh. Okay, Blut sieht man nicht, aber die sehen, tut mir leid, aber die sehen nackig echt komisch aus. Warte, ich muss das mal so machen. Die sehen nackig echt komisch aus. Guck mal, Benjo. Guck mal, Benjo hat schönere Füßchen. Die sind nicht so hautfarben und so nackig. Der Vogel sieht gerade diese nackten Hühnerbeinchen und muss gleich speien. Das ist normal bei Vögelchen. Oh, Puddinghaut, danke schön. Das freut mich sehr. Und eigentlich fehlen hier noch zwei. Es fehlen noch der, der Sicherheitscode. Und was war es denn noch? Eigentlich war nur noch der Sicherheitscode, oder? Die, die, die Möwe hatten wir ja. Aber danke schön, mir freut das so sehr. Und wir haben ja, dank euch, so unglaublich viele Slots und Plätze dafür bekommen. Puppi, Benjo. Puppi. Was ist denn los, mein Schatz? Guck mal her. Ach, wir machen Bödi Nam-Njam jetzt am besten. Guck mal her, das machen wir jetzt. Guck mal her, Sui. Sui. Bist du? Sui? Sui, guck mal her. Hier oben, hier oben ist die Action. Guck mal, gibt's ein Yam-Yam-Yam. Yam-Yam. Ich glaube, die hatten Hunger. Vielleicht haben sie deswegen den Krach gemacht. Ja. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung jetzt. Und die Kropfleer, ne? Der muss jetzt wieder voll. Weil Vögelchen haben eine, einen krassen Stoffwechsel. Den kann zum Beispiel schon ein sehr schlechtes widerfahren, wenn die 24 Stunden nicht zu fressen bekommen. Ein Mensch kann ja gut ein paar Tage ohne Essen auskommen. Aber bei Vögeln, die haben einen ganz schnellen Stoffwechsel. Deswegen ist das auch so, dass der permanent kacken kann. Also Benjo. Sui sammelt das eher und haut das dann irgendwann gesondert raus. Aber Benjo, der kann ständig. Was ein Fly-In ist. Pudding haut. Genau. So könnte man eine Fly-In-Pause. Ach, wie cool. Warte mal, ich halte es euch mal näher. Hey. Ich sollte es im Teller lassen. Ich sollte es im Teller lassen. Oh, oh, Köpfe einziehen. Okay. Ich glaube, ich habe nicht so einen Stoffwechsel. Auch wenn mich manche in den Frühling nicht nennen, aber ich kann auch mit 12 Stunden und 18 Stunden. Wollen Sie mal so richtig ferne Fall-Kajan? Saufen bis zum Rollfausch? Mit hämmernden Schmopfkerzen? Bis Sie sogar vergessen, dass Sie die Fellnerin gekickt haben? Aktionswochen bei Kentucky schreit Fieten. Jetzt und natürlich nur für Zürze-Kite. Kein Problem, Pudding haut. Man kann ja auch eine zweiköpfige Nieren-Pürzer machen. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Ähm, wo ist sie denn? Klapp, Klapp! Klapp, Klapp! Klapp, Klapp! Wer klopft denn da? Ist das der Banjo? Oh, wie kann ich denn hier das Emote drehen? Ach, schade. Manchmal geht das bei mir, manchmal nicht. Also, man könnte... Mindbury! Man könnte rein theoretisch noch den Emote drehen. Da könnte man eine zweiköpfige Nieren-Pizza draus machen. Aber ich kann gerade nicht drehen. Warum auch immer. So, ihr zwei. Und weil es so schön mit euch heute ist, bekommt ihr zur Feier des Tages noch ein großes Stück Müsli. Dafür gehe ich mal ganz kurz in die Küche und komme gleich wieder. Ein großes Stück Müsli. So, Benjo. So. nun, ne? Ich hab vergessen, wie das aufgeht. Ach, herrje. Ja, eigentlich noch mit Kopfhörern. Oh, warte mal. Eigentlich noch mit Kopfhörern, aber der ist unter dem Latz unter dem Latz verschwunden. So. Benjo, machen wir ihn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Oh, wow. Wow, wow, wow. Alles klar, ich verstehe schon. Ähm, das kann er gut. Oh, so klingt Freude. So klingt Freude. Oh mein Gott. Ach, du hast schon ein Stück. Das ist ja herrlich. So, und Sui und dein Pfeif. Fein. Super. Super, mein... Warum hast du es denn jetzt runtergeworfen? Ach, komm mal hier. So. Hier. Nicht runterwerfen. Musst du essen. Essen, essen, essen. Genau, die zweiköpfige Nian-Pizza. Mindberry. Wundervoll. So muss das. Was machen wir da für Benjo? Also das ist ja... High Five. High Five. Boah, schön. Für so ein großes Stück Müsli mache ich das doch gerne, das High Five, gell? Ja. Ja. So, komm mal hier, mein Süßer. Setz dich mal da hin. Die Sui kriegt auch noch was. Die Sui kriegt auch noch was. Das ist die Nian-Pizza-Polonaise. Oh Gott, ist das gut, Mel. Das könnten wir zum Beispiel bei einem Raid machen. Diese Polonaise da. Komm mal hier, mein Mäuschen. Du kriegst auch noch was. Hm. Ist der Schnabel von Benjo angebrochen? Oder warum? Hat er einen weißen Riss drin? Was? Ach so, das ist normal. Ähm, so ein Schnabel, ähm, ist ja wie eine, äh, wie bei, wie bei uns die Nägel. Die, der, der wächst. Da ist nichts angebrochen. Ähm, das geht mit der Zeit weg. Ähm, der wird so ein bisschen größer. Da verändert sich der Schnabel. Das ist wie quasi, kann man sich vorstellen, wie Hornhaut. Wie ganz, ganz starke Hornhaut. Das, das kann nicht abbrechen. Huh? Nein. Nächste, soviel zum Thema schneller Stoffwechsel. Puppi. Patsch. Fein gemacht. Super. Super. So, mein Süßer. So, jetzt machen wir diese ekelhaften Füße wieder weg. Oh, das sieht so eklig aus. Das sieht so eklig aus. Die will ich nicht zeichnen. Ich will keine nackten Füßchen zeichnen. Was kann man denn eingeben, damit man lebende Hühnerfüßchen... Oh Gott, da sind die noch früßchen... Oh, da sind die noch früßchen... Oh, da sind die... Oh nein. Ich glaube, ich lasse das gleich. Oh, ich habe was gefunden. Oh, das ist die noch früßchen... Oh, das ist die noch früßchen... Es hilft echt ungemein, wenn man so eine Art Verband dran hat. Es könnte ein bisschen professioneller sein, wenn ich mir mal irgendwie so eine... Es gibt so orthopädische Armgelenksstützen. Die müsste ich mir mal zulegen. Werde ich auch demnächst machen. Jan, das ist auch gut. Ist der Schnabel... Also, das hatte ich schon. Versuch's mit Huhn... Ja, ich habe jetzt Chicken Animal Paws eingegeben. Es ist immer noch sehr komisch, was man hier... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das Internet ist manchmal voller komischer Dinge. Sehr komischer Dinge. Mäuse klappen, wer kennt's nicht? Genau. Das ist, ähm... Ja, und vielleicht auch ein bisschen zu viel Overwatch gespielt. Da braucht man ja auch ab und an die Maus. Aber es hilft wirklich ungemein, wenn man dann ein bisschen abstützen kann. So, ich habe tatsächlich Füße gefunden ohne Nacktheit und ohne kurz vorm Kochen-Status. Das ist ja widerlich. Aber wenn man sich mal so... So Hühnerfüße anschaut... Es sieht ein bisschen aus wie von einem anderen Stern, oder? Hier, guckt mal. Ich habe jetzt wirklich... Ich habe jetzt wirklich... Ich habe jetzt wirklich Fotos gefunden. Es sieht einfach noch... Oh, was ist das denn? Oh, wir haben jetzt die Qual der Wahl. Welche wunderschönen Hühnerfüße nehmen wir denn jetzt zum Zeichnen? Oh, Mann. Da weiß man ja gar nicht, wie man sich entscheiden soll. Na ja, gut. Ich glaube, ich nehme gleich ganz so rum irgend so ein Ergebnis. Matze, ja moin, hallöchen. Na, Feierabend, hoch die Hände, Wochenende. Unser Phasmophobia-Profi. Ach, das war so schön mit dir und den anderen gestern. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Vogel? Oh, wartet mal. Alles gut? So, jetzt ist auf. Dino... Oh, Dino-Füße. Das ist ja auch mal... Hallo, Sie. Zeichnen. Wollen Sie eine Weise gewinnen? Auf die Ichi-Finseln oder nach Audis-Arabien? Nur zur Zirkeit. Aktionswochen bei... Taki schreitfiepen. Oh, jetzt kann man das gleichzeitig... Das war zu schnell. Ja. Endlich daheim und ein... Oh, Gott sei Dank. Ja, ähm... Mats, ich hoffe... Ich hoffe doch für das ganze Wochenende, dass du nicht nochmal los musst. Schrecklich gerade zur Zeit, ne? Oh, der schmeckt gerade so gut. Ria, Shanur, vielen lieben Dank für dein Follow und einen schönen Freitag wünsche ich dir. Schön, dass du reinschaust. Und herzlich willkommen in der Gummipunity. Hallo. Oh, haben wir überhaupt noch Musik? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, die Musik ist weg. Ah, ne, da ist sie. Ach, bei mir ist die so leise eingestellt. Ich höre hier gar nichts. Bei mir kommt hier gar nichts an. So richtig, wirklich. So. Oh, warte mal. Das ist so... Und ein bisschen weiter unten sein, ne? Und auch dir, Nora Wint, danke schön für deinen Follow. Vielen, vielen lieben, herzlichen Dank. Och, dir einen schönen Freitag und Start ins Wochenende. Habt ihr gestern noch lang gemacht? Ne, Matze. Ich glaube, wir haben noch ein Spiel gespielt. Und ich glaube, wir haben nicht viel verdient. Und danach haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Bis ungefähr halb zwölf. 23.30 Uhr haben wir uns noch ein bisschen... Ja, haben wir noch ein bisschen geredet. Ich habe am Montag mal so grundlegende Vorräte per Post bestellt. Heute ist dann angekommen. Also auch nicht so das Wahre. Oh. Ich werde mir mal, glaube ich... Die liebe Morgi hat mir mal die Seite... Oh, wie heißt die denn mal schnell? Reishunger.de empfohlen. Da werde ich wohl auch einen Reiskocher bestellen als Geschenk. Aber pscht. Und da will ich auch ein paar Reissachen bestellen. Und da gibt es ja auch mit Soßen und Gewürzpackungen mit dazu. Und ich würde das sehr gerne mal testen. Bin ich mal sehr gespannt. Och, Mensch. Ich nehme mal das hier. Es ist super schwer, mich gerade zu entscheiden. Jöner Füße, ey. Nee, einfach nee. Ich muss schon wieder aufs Klo. Warum trinke ich so viel Tee? Ich will nicht. I don't wanna go. I want to stay here. By you, my friend. My friends. My dear Gumi-Huni-Tee-Friends. Weil Tee der Shit ist. Ja, der geilste Shit. Es schmeckt immer... Es streibt wie blöd. Die Seite heißt... Warte, ich gucke lieber gleich nochmal. Nee, guck mal zusammen. Reis... Und das sind alles natürliche Zutaten. Also das ist irgendwie kein Geschmacksverstärker oder so ein Bums drin. Oder probier's jetzt hier. Guckt mal. Das sind richtig große Dinger. Da könnt ihr euch zum Beispiel... Solche Becher bestellen. Und euch einfach mal so durchprobieren. Oh, das sieht auch sehr lecker aus. Hier diese Soßen. Oh. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann noch den... einen Wasserkocher dazu, damit das alles schnell geht. Und die sind halt, glaube ich, spezialisiert auf Reis und auch auf Soßen, Gewürzmischungen. Und das sieht halt so... Oh, ich darf... Nein, ich gucke mir das jetzt nicht weiter an. Das ist so... So, so produktiv gerade. Also reishunger.de. Hier ist wirklich sehr, sehr gut. Reishuhn.de. Oder Reishunde. Hunde. Ich bin auch Tee gekauft. Ich trinke gerade Zimtschneckentee mit Honig... Äh, Quatsch. Fenchel, Aniskümmel. Also ich mixe ja sowieso mal gerne. Für eine Kanne mixe ich mir immer zwei Geschmacksrichtungen mit zwei... Je zwei Beuteln oder je einem Beutel von der Geschmacksrichtung. Das ist immer ein Geschmackserlebnis. Hey, look! Mmh! Lieber Shad, wo bestellt ihr denn am liebsten euren Tee? Ähm, ich mag ja auch lieber... Also nicht so Messma und Teekanne die ganzen, sondern ich mag lieber, wenn das so richtig schöner, natürlich, natürlicher, natürlich hergestellte Tee ist. Weil ich mag das nicht, wenn das dann so nach Aromastoffen, wenn das zu intensiv ist. Ballhause für Annekanne. Die Zimtschneckentee ist toll, dicht gefolgt von Blueberry Muffin. Oh, Blueberry Muffin ist auch gut. Ich habe dann immer so Angst, wenn das so sehr nach Chemie schmeckt. Ich habe den nämlich auch schon gesehen, den Blueberry Tee. Die Hühnerfüße halten mich hier ganz schön auf, muss ich sagen. Für sich ist es immer geeignet. Die sehen halt auch alle so komisch aus. Sorry, aber... Ich würde lieber gern, weiß ich nicht, Wolfsfoten zeichnen, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Tiki, Tiki. So, jetzt habe ich ein schönes, großes Bild. Das mache ich mir jetzt mal nochmal größer. Ich bin ja schon eine alte Frau. Bestellen, einfach in den nächsten Teekontor gehen. Ja, habe ich auch schon, aber... Die Ria zum Beispiel, die hat mir mal einen ganz tollen Tee empfohlen. Bei Amazon gibt es den, aber der ist leider momentan ausverkauft. Den würde ich gern mal probieren. Hier so die Teeläden in Münster habe ich auch schon fast alle durchprobiert. Aber irgendwie kickt mich das nicht so. Oh, da muss es doch noch was Besseres geben. Wenn du guten Tees ausgehst, geh mal nach... Geschwendner. Geschwendner, sag mir gern. Ey! Wir haben hier noch Gäste. Dankeschön für den Link. Oh! Kaffee! Oh! Jetzt muss ich den Kaffee sehen. Schöner, schwarzer, heißer, schöner Kaffee. Okay, scheiße. Das Leben ist kein Gummihuhn. Richtig, richtig. So. Okay, warte mal. Ich drehe mir mal das Tablet mal ein bisschen nach links. Boah, ich muss so auf Toilette, ey. Ich habe aber keine Lust zu gehen. Vor allem Hühnerfüße sehen ja schon fast aus wie Dinosaurier-Füße. Oh, ja. Kaffee geht auch immer, finde ich. Ich kann auch Kaffee kurz vorm Schlafen gehen trinken. Das juckt mich nicht. Schujao. Dankeschön, Skycrafts. Das gucke ich mir auch mal später an. Kommt alles dann in meine... in gesonderte Lesezeichen-Ordner rein. Hättest mal Tee-Shoppen gehen sollen, als du in Hamburg warst. Alleine im Bereich HafenCity in der Stadt gibt es hier so 20 verschiedene Tee-Dien. Ui. Also im Teeladen war ich nicht, Jack McCracken. Aber ich war in einem Asialaden. Oh, da habe ich mich so dick eingesteckt mit japanischen Leckereien. Oh. Unterdrüben auch frischen Miso. So Rahmenpakete. Eine Süßigkeit. Ein Schuba-Schubs. Eine Schuba-Schubs-Limonade. Und Mochis. Und schöne Tassen. Schon wirklich langsam Apokalypse zu sein. Mein Kaffeehändler so. Sehr geehrte Kundinnen und Kunden. Aufgrund der aktuellen Lage kann ich die Lieferzeit bis um zu drei Tage verlängern. Ui, ui, ui. Geschweidner ist auch super. Findt Ballhause vom Preis-Leistungsverhältnis besser. Das ist eine kleine große Kette, ein netter Teeladen. Ballhause. Muss ich mir auch mal kopieren. Oh, ihr seid so lieb. Dankeschön für die ganzen vielen Sachen. Dann werde ich auf alle Fälle mal rumprobieren. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Sachen. Potsdam. Ist das Ballhause Potsdam? Liefern die auch? Oh, ich hoffe. Soll ich mir aber noch ein bisschen bei meinem Fuß hierbleiben. Banjo, komm her. Komm her. Banjo. Banjo. Okay. Fein. Super. Super. Banjo, Banjo. Banjo. Zoe. Die liefern auch super. Asialand, sagst du was? Dann wolltest du dir auch noch eine Bestellung aufgeben. Oh, die Rahmenschüsseln. Ja, also wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, muss ich auf alle Fälle ein paar Rahmenschüsseln mitnehmen. Jetzt muss ich mal gucken, dass das hier richtig wird. Guten Tag, Frau Zoe. Sie möchten wieder an ihren Stammplatz, ne? Da ist zum Glück noch frei. Sie kommen gerade rechtzeitig. Pass auf, Mäuschen. Fall nicht. Das ist ganz schön steil. Willst du nicht hier oben sitzen bleiben? Du musst runter, gell? Na, komm her. Jeder hat so seinen Platz. Und der Geschwendner ist zu Fuß vielleicht zehn Minuten. Oh. Okay. Das wusste ich gar nicht. Welche Straße ist denn der, Matze? Vielleicht kenne ich den ja sogar. Das ist aber nicht der hier an der Ludgerich-Straße, oder? Oder doch? Weil dann weicht... Was? Vor der Haut. Wieder ausgerutscht. In der Salzstraße. Geschwendner in der Salzstraße. Ah, okay. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo der ist. Da muss ich echt mal die Augen aufhalten. Dankeschön, Puddinghaut, für das Geschenk-Abo für Ria Shanua. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes. Und ein ganz liebes, herzliches Dankeschön an Puddinghaut. Der auch schon so unglaublich viel zu vortragend hat auf dem Kanal. Dankeschön. Was hat mir gefehlt? Das gibt es doch nicht. Da lauschen meine Piepser auf den Piepsen. Oh, du hast auch welche. Was hast du denn für welche? Geschwendner hat so grüne Schilder. Ach, das ist eine Kette, die es überall gibt, oder wie, oder was? Benjo, ich male gerade von deinen Verwandten die Füße. Wie findest du das? Ich finde deine Füße schöner, Benjo. Ich glaube, Papageien und Hühner, ja gerade Hühner, die sind doch die nächsten Verwandten von den Dinosauriern. Oder beziehungsweise Nachkömmlingen von den Dinosauriern. Ich male jetzt erstmal grob und dann machen wir den ganzen Feinschliff. Zum Beispiel haben wir so eine, ich weiß nicht, ob das ein Gelenk ist. Hier haben wir so eine kleine Kuhle. Hier geht es hoch, hier geht es runter. Oh, ich muss gleich echt mal was essen. Und so langsam merke ich, dass ich gerne was essen würde. Das Frühstück ist ja auch schon wieder voll lange her. Und ich mag nicht so gerne im Stream essen. Das ist irgendwie... Das ist immer unheimlich, glaube ich. Nicht nur für mich, ich glaube auch für Leute, die da sehr empfindlich sind, wenn sie dann so Essgeräusche hören. Also haben wir hier diese komische Haut. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich habe mich irgendwie ein bisschen vertan mit der Größe dieser Stelle hier. Da muss ich irgendwie mal so ein bisschen rüber und kleiner, glaube ich. Oh. Tyrannosaurus Huhn, genau. Drei Wellensittiche und drei Nymphen. Holla, die Waldfee. Da ist bestimmt bei dir auch immer ordentlich was los, oder? Und vor allem die Nymphensittiche, die sind bestimmt mega niedlich, oder? Die haben immer so niedliche, rote, kleine Wängchen. Die können schön singen. Ach, wie schön. Sind die alle in einer Voliere oder sind die getrennt voneinander? In jedem Dorf? Okay. Und ich weiß gar nichts davon. Oh mein Gott. Finde ich super, dass du im Stream nicht isst. Ja? Dann werde ich das auch weiterhin so behalten. Also wenn ich mal was nasche, dann so ganz Kleinigkeiten. Oder ich gehe dann aus dem Bild zumindest raus. Und ich versuche auch daran zu denken, dass ich euch dann nicht hier mitten in, ähm, mitten ins Mikrofon rein geräuschkulössisiere. So, dann hat dein Huhn ja diese, diese besonders großen Schuppen hier. Ich habe das schon wieder total verschätzt. Wie war das mit die Proportionen? Ja, die Proportionen. Oh, das ist auch ein bisschen kleiner und tiefer. Dieser Knübel. Mittlerweile sind sie getrennt. Da ja ein Opi Omi bei beiden. Oh Gott, wie niedlich. Hast du die schon so lange oder hast du sie älter bekommen? Aber wenn die, wenn die alle draußen sind, vertragen sie sich, oder? Na gut, der, der Oma und die Opi, die werden, ähm, der, der Oma und die Opi. Mhm. Die, die, die Omi und der Opa, die werden dann wahrscheinlich ein bisschen, ja, nicht ganz so viel Halligalli machen wollen draußen, ne? Ein bisschen sich zurückziehen dabei. Und die Jungen dann erstmal die wilden Späße machen lassen. Waren aber alle, oh, zusammen eine Voliere. Okay, alles klar. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, welches Motiv ich in deinem Shop so gefeiert habe. Die Zombie! Das, ähm, oh mein Gott, das war das erste Merch-Bild überhaupt. Beziehungsweise, ich glaube, es ist noch nicht mal als Merch-Bild entstanden. Es ist einfach so entstanden. Ich wollte die ja auch mal hier einbauen in den Stream, die Zombie. Vielleicht wird das aus der Pupi, wenn sie gebissen wird von einem Zombie. Das wäre irgendwie witzig. Hm, vielleicht kann ich ja da mal, vielleicht fällt mir damit noch irgendwas ein, was man damit machen könnte. Die Zombie. Oder ich zeichne sie nochmal neu. Die ist ja entstanden, naja. Da habe ich jetzt nicht ganz so viel Herzblut reingelegt. Irgendwie erinnert mich, dass sie gerade an, an, daran eine Schlange zu zeichnen. Dinosaurier-Shoppen halt, ne? Kann ich wieder was auf meine Liste, von meiner Liste streichen? Ich glaube, ich habe noch nie mein Leben Hühnerfüße gezeichnet. Machen wir die mal ein bisschen unterschiedlich groß. Ja, Benjo, ich habe es auch gesehen. Da war ein großer Schatten vor dem Fenster, ne? Da müssen wir schön aufpassen. Vor allen Dingen Benjo. Der sitzt immer sehr gerne auch ein bisschen weiter oben, damit er das Überblick hat, um den Schwarm im Notfall rechtzeitig zu warnen. Und Hallöchen nochmal, Meto Asta. Natürlich darfst du das sehen, aber es fehlen noch die Highlights. Das habe ich noch nicht geschafft, weil ich wollte auch ein bisschen anderen Tommi noch machen. Aber ich kann dir sehr, sehr gerne zeigen, wie weit wir gekommen sind. Aber ich mache den morgen früh fertig. Und ich werde die alle vier, die jetzt fertig geworden sind, auch, ähm, oh, entweder heute oder morgen nochmal posten. Mal gucken, ich weiß auch nicht, heute oder morgen. So, Stream. Warte mal, wo ist mein Stream-Ordner? Ich bin im Stream-Ordner und suche den Stream-Ordner. Also, ich glaube, mit mir geht heute nicht mehr viel. Himmel, Herrgott. So, David. Also, es fehlen noch die Highlights. Es sieht noch ein bisschen blass aus. Und hier diese, diese kleinen Pusteln. Der wird noch ein bisschen poliert, aber so, dass das Gröbste steht erstmal. Ja, ich brauche gleich Feierabend auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch ganz witzig. Ich bin mal gespannt, wie der in klein wirkt. Dankeschön, Metoasta. Das ist aber lieb, dass du nochmal nachgefragt hast. Also, ich kann euch schon mal sagen, es werden noch sehr, sehr viele Gummihühner hier entstehen mit dem unterschiedlichsten Outfits. Wir haben ja noch eine ganze Liste, ne? Wir würden noch einen Mario machen und einen Sonic und, oh, so viele. So viele. Ein Hulk-Gummihuhn. Und da freue ich mich schon drauf. Wir müssen ja acht Jahre voll bekommen für die Sub-Badges. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Die Augen haben was mit dem Konsum von illegalen Substanzen zu tun. Oder weil es ein Huhn ist. Oder beides, ja. Aber David Bowies Outfit hat wirklich zwei unterschiedliche Augen. Also, das ist Make-up. Ich glaube, er trägt auf dem einen Auge so eine Kontaktlinse, was die Linsen ganz klein macht. Von Rod Stewart. Ach, wir haben schon alles gehört. Mick Jagger. Jetzt noch Rod Stewart. Wieso gibt es den bei Get Shirts eigentlich nicht mehr als normales Shirt? Ach so, Jack McCracken. Das liegt daran, weil ich nur fünf Motive bei Get Shirts einstellen kann. Und ich wollte den ersetzen durch ein neueres Motiv. Du willst Brad Shirt kein Geld geben? Da muss ich erst mal gucken, weil ich muss dann halt immer überlegen, was nehme ich dafür weg? Ach, Mensch, das tut mir leid. Ich wusste gar nicht, dass du den so mochtest. Ich schaue mal, was ich da machen kann. Ich habe zuerst verstanden. Ich bin gespannt, wie das Kleid wirkt. Das war dann auch wieder mehr Bowie, Jack. Ja. Ich muss ja sagen, bei Get Shirts läuft es bei mir gar nicht so unbedingt sonderlich. Das meiste läuft wirklich über Get Shirts. Aber ich bin von der Druckqualität nicht immer geistert. Pudding Haut. Das gibt es doch gar nicht. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Geschenk-Abo für Me to Asta. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emones. Und ein ganz liebes, großes Dankeschön an Pudding Haut, der scheinbar wieder ganz brutal ausgerutscht ist auf deiner Tastatur. Dankeschön. Geil! Oh, warte, warte, komm mal runter. Muss noch ein bisschen... Geil! Vielen lieben Dank, Pudding Haut. Du bist so verrückt, Mensch. Unbelievable. Es ist immer so. Kaum ist hier jemand, wird er spät. Was? Noch kein Abo. Aber ich mache den David Bowie-Gummihund wahrscheinlich auch gleich fertig. Weil ich wirklich überlege, den heute noch zu veröffentlichen mit den anderen dreien zusammen. Vier ist halt eine schöne Zahl. Passt sehr, sehr gut. Und ich mache mit den vier Gummihuhenköpfen sowieso noch eine Kleinigkeit. Es werden mit der Zeit dann immer mehr werden. Für unsere Gummiunity habe ich nämlich auch eine kleine Animationsidee im Kopf. Dass immer, wenn man dann Ausrufezeichen Gummihuhnity eingibt, dann so eine kleine Animation kommt, wo man dann vielleicht neue Mitglieder begrüßen könnte, die entweder ein Follow dalassen oder ein Abo. Was meint ihr, ist es besser? Eigentlich ist man ja schon in einer Community, wenn man dann ein Follow dalässt. Nicht unbedingt ein Abo. Abo ist bei der nochmal eine Stufe krasser. Aber ich glaube, ich nehme das schon für ein Follow. Dann ist man schon drin und kommt nicht mehr raus. Es sei denn, man entfollowt. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, das so zu betrachten. Also so, die Seite mache ich jetzt noch fertig. Diese blöde Blase. Ich will nicht. Ich will weiter malen. Störe mich nicht. Immer dieses lästige, ich muss ins Klo gehen. Das reißt einen immer wieder raus. Wie die Werbung bei YouTube. Guckst du gerade voll das sensible Thema. Bist du schon wieder rausgerissen. Oh mein Gott. Wer klopft so spät durch Nacht und Wind. Es ist Lavendelregen. Das liebe Kind. Naja, so spät haben wir es ja noch nicht. Ein Zeichen Nacht-Stream. Ey, auch mal was. So, jetzt hat er erstmal hier der Gute eine schöne Grundlage. Erstmal. Also. So. 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 Mann, wie das viele Details. Wenn es einigermaßen vernünftig aussieht, muss ich die da schon reinzeichnen. So, bevor die Augen gelb werden. Hol dir eine Urinella. Oh mein Gott, Eva. Ich mach das wirklich. Gibt das so Binden, ne? Für ältere Damen. Vielleicht hol ich mir einfach so. Lass einfach laufen. Oh ne. Was kostet denn der günstigste Kateder momentan? Gibt es Kateder bei Amazon? Soll ich mal gucken? Pampers, ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es Kateder bei Amazon gibt. Es gibt Ventile. Es gibt Kateder-Ventile. Oh mein Gott. Blasenspritze. Steril und latexfrei. Ne. Wenn ich das schon wieder sehe, dann mag ich mir doch kein Kateder mehr bestellen. Das sind aber keine Dauerkatheter. Achso, nur Einmalkatheter oder was? Für einen Stream. Das wird aber teuer dann. So ne schöne Oma-Windel. Da brauch ich mir bis keine Hosen mehr suchen zum Anziehen. Und Kanalalpaka oder Kanalalpaka. Dankeschön. Für deinen Follow. Foddy out. Du verrückter du Mensch. Vielen lieben, herzlichen Dank für das Geschenk. Aber für Astrein71 wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den Emotes. Und an dieser Stelle mach ein ganz liebes Dankeschön und Puddinghaut. Jetzt ist Action. Ja, ja, ich weiß. Da ging die Tür auf. Da ging die Tür auf. Ähre, Bruder. Oh, herrlich. Puddinghaut. Dankeschön. Vielen, vielen lieben, herzlichen Dank. Möchtest du jetzt hierbleiben? Möchtest du hier schreien? Oder möchtest du da drüben schreien? Ja, ich lasse dich einfach mal. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Hier geht schon wieder was ab. Ne, es ist Sui. Hallo, hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Hallo, knutsch mich. Knuddel mich. Es macht klingeling, es macht klingeling in den Ohren. In den Ohren. In den Ohren. Es macht klingeling, klingeling in den Ohren. Wer hätte das gedacht? Ich hab dir was mitgebracht. Hab wieder Flügel, um überall mein Servus zu schreiben. Oh, wie schön das rein. Danke, danke, danke. Puddinghaut. Du machst so vielen Menschen immer so eine Riesenfreude damit. Und ja, sowieso damit. Das ist so lieb. Oder noch so kurz vorm Wochenende, ne? So. Ich glaube, also bin ich. Nein, ich muss jetzt nicht sagen. Wir haben das erstmal ganz gut. Ein Hühnerfüßchen. Mensch, Titus, du auch hier. Und dabei hab ich schon durch den Kompressor, ne, durch irgendwas, Gain Noise? Ich hab irgendwas eingestellt, dass es nicht über einen gewissen Pegel geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, stellt mal vor, der wäre aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, eine Sache mach ich jetzt noch. Und dann mach ich Feierabend. Ich geh mal kurz ins andere Oberle. Ich mach hier noch die Highlights, damit ich das heute abhaken kann. Also, Anna und Tommy ist jetzt hier mit durch. Ich mach den Feinschliff jetzt noch von diesem Huhn. So, Hinzufügen-Schein. Donnerwetter-Papsi. Und damit einen schönen Nachmittag dir, lieber Marek. Moin, moin. Der Onkel meiner Mama hat die Dinger gerne gegessen. Welche? Und was geht's? Ich weiß, dir wurde die Frage sicherlich schon an die 100 Mal gestellt. Aber ich würde mich freuen, wenn du sie noch einmal zum 101. Mal beantworten könntest. Wie ist das mit dem Pupi, wenn die Vögelchen den ganzen Tag Freiflug haben? Wollen Sie einen Göbelmutschein gewinnen? Für eine neue Ledergritzsuppe? Oder einen Fleckenduter? Vielleicht sogar ein Bimmelbett mit Resuchabitze? Nur zur Zirkeit. Aktionswochen bei Kentucky Schreitfieten. Aber ist es auch kristallrein? Ach, die Hühnerbeine. Baa! Und ich wollte mir Referenzen eben suchen zum Zeichnen. Und hatte nur diese nackten und gegrillten und vorgekochten und weiß ich nicht. Hühnerbeine. Baa! Und davor hatte ich eigentlich noch Hunger und Appetit gehabt. Der ist jetzt schlagartig verloren gegangen. Das meinst du? Oh, wie kann man denn sowas essen? Ich weiß, in manchen Ländern ist das eine Delikatesse, ne? So am Spieß. Schön durchgeröstet. Baa! Mein Leibgericht! Oh, die Süß-Sauersauce ist was geworden, Frau Blume. Das ist super. Jetzt sieht es aus wie Sau. Oh, oh nein! Baa! Ja. Okay, also um die Frage zu beantworten. Ich beantworte sie gerne mal. Gerne zum 101. Mal. Bolling-Haut! Oh! Er hat es wieder getan und hat, Frau Blume, ein kleines Geschenk da mitgemacht. Ich hoffe, du freust dich darüber. Vielen lieben Dank dafür, Pudding-Haut. Verrückter Mensch. Wieder ein Opfer, das gibt's ja gar nicht. Was wollte ich sagen? Mit dem Pupi hier überall, ja. Ich habe hier an fast jeder Stelle, wo ich weiß, sie halten sich dort öfter auf, eine Zeitung ausgelegt. Und beide Vögel sind auch unterschiedlich. Also der Hahn, der Benjo, der kann alle 5-10 Minuten. Der hat einen kleinen nervösen Darm, glaube ich. Da musst du echt immer drauf achten. Man kriegt so mit der Zeit das Gefühl, wann er mal wieder muss. Und er fängt dann auch immer an, so seinen Hintern rauszustrecken mit dem Schwänzchen, so links und rechts und links und rechts. Und das ist dann immer der Zeitpunkt, oh, er muss kacken. Manchmal ist man schnell und manchmal ist man nicht schnell genug. Dann geht dann auch mal was auf die Schulter oder aufs Knie oder auf das Couchkissen oder auf den Boden. Aber das ist nicht so schlimm, hier kannst du alles wegwischen. Und ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Vögel haben solltet, lasst die Kacke hart werden. Weil wenn sie hart geworden ist, könnt ihr sie einfach abschrubbeln mit einer Bürste. Das ist viel einfacher, als wenn die halt so sehr feuchten und nassen, naja, ihr wisst schon, Exkremente da rausschmeißen, ist das sehr schwer dann abzubüchen. Es sei denn, es kommt immer auf die Konsistent an. Aber da könnte ich den ganzen Nachmittag drüber erzählen, das mache ich euch lieber nicht. Das ist ja wie bei mir. Oh Mann. Und Hallöchen, Marc. Moin, moin. Ich wünsche dir viel Spaß im Lörg und ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Marc. Dankeschön, dass du reingeschaut hast. Oh, warte mal. Bevor du, bevor du, ähm, bevor du wieder entschwunden bist, muss ich dir noch ein... Ähm, ich habe ja jetzt dieses neue Bot-System. Ähm, und dann muss ich dich unbedingt noch hinzufügen. Oh, ich muss bei dir mal gucken, ob ich bei dir den, den Sound finde. Das würde mega gut passen. Ähm, genau. Also, ähm, ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Und, ähm, Benjo macht auf Buffet, Sui meistens manchmal auch, aber sie ist da ein bisschen eigen. Und sie ist auch mehr die Sammlerin. Das heißt, sie wartet immer so zwei, drei Stündchen ab und dann haut sie so einen richtig großen Klumpen raus. Aber dafür fliegt sie ja am liebsten auf den Boden. Bodi, äh, Bodi. Sui ist mehr so eine, so eine Boden, bodenständige. Benjo kann immer und überall. Das ist so, ja, das Wesentliche. So, jetzt kriegst du ja erstmal dein, ähm, dein Out-Out. Ähm, bum, 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 bum. Mhm. So, haben wir das hinbekommen? Ich teste mal. Haben wir jetzt noch keinen Sound, aber den, den Basch... Nein, das hat nicht funktioniert. Moment, da fehlt, da ist was kaputt. Das stimmt was nicht. Ah, ich weiß warum. Dieser böse Doppelpunkt. So. Jetzt haben wir's. Unser lieber D und Dela. Ähm, und ich sag mal tschüss. Eva, mach dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund und muntern. Danke, du Liebe. Schön, dass du da war. Das hat mich sehr gefreut. Auch wenn du eine Dreiviertelstunde lang keine Antwort erhalten hast. Wir nehmen das alle mit Humor. Vielen lieben Dank für die schöne Zeit. Eine Karaoke-Sause. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Ich würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, Eva. Mach dir eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Queenie. Hey. Moin. In manchen Ländern fragt man sich, wie wir nur Kühe und Schweine essen können, weil es in anderen Ländern heilige Tiere sind. Ja. It's very crazy. So, was ist noch passiert hier, während ich abwesend war? Queenie. Dankeschön für deinen Risa. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit den Immorts. Einer meiner Pflegevögel hat kurz vorher immer sehr warme Füße bekommen. Oh, das ist... Oh, da muss ich mal drauf achten. Da muss ich mal drauf achten. Mindestens einen ganzen Tag reden. Vogelplops. Damit der Popo ploppt. Oh, wartet mal. Wo ist das? Kennt das noch jemand von euch? You don't know, Jack? Dieses mega geile Spiel von früher. Da gab es auch mal so kleine Werbe-Clips am Ende. Aber nur akustisch. Schmatzi, schmatzi, gutti, feini. Popo plopst. Damit der Popo ploppt. Oh, das war so gut. Ich habe dieses Spiel fast immer nur gespielt, um am Ende diese ganzen Werbe-Clips mir wieder anhören zu können und zu dürfen. Pupsi, was ist los? Genau, flieg du mal in deine Kiste. Rein da. So. Das ist mir jetzt noch ein Bedürfnis, das hier fertigstellen zu dürfen und zu können. Oh. Wo bin ich denn hier gerade unterwegs? Das ist ja völlig verkehrt. Wo sind all die Blumen hin? Wo sind sie geblieben? So, das machen wir jetzt hier noch fertig, oder? So viel Geduld können wir noch aufbringen. Was meint ihr? Wieso mal ich denn jetzt hier schon wieder nicht? Oh, das ist ja auch super. Super. Hinzufügen, Schein. Ähm. Fabisch. Bitte ein, bitte. Oh Mann ey. Ach ja. Ich glaube, wir probieren es mal mit einem Gelbton. Uh, das funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Linear nach Belichten. Fährt das auch mit Cola? Oh, ich habe auch den falschen Pinsel. Deswegen geht das hier so schleppend. Deswegen komme ich so schleppend vorwärts hier. Oh nein, 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 nein. Hört auf, bitte. Achte mal auf die Füßchen. Meine, die hat mir von ihren Wellis erzählt. Mir selbst ist das dann bei meinen Nebelkrähen auf. Du hast Nebelkrähen? Oh mein Gott, wie cool. Das ist für eine mögliche Federpuppe. Oh, da muss ich echt mal drauf achten. Das werde ich auf jeden Fall tun. Aber du hast Nebelkrähen. Wie geil ist das denn? Ich habe immer noch so die Hoffnung, dass ich eines Tages mal so ein kleines Dohlenbaby finde und dann großziehen kann. Oh Gott, ich liebe Rabenvögel. Das sind so faszinierende, tolle Tiere. Aber muss dann auch wieder losgelassen werden, ne? Also, die würde ich dann nicht hier zu Hause halten. Und vor allen Dingen wird das auch nichts wegen den Birdies. Oder? Wollt ihr eine Nebelkrähe als Geschwisterchen? Oder lieber nicht? Ich bin so gnadenlos wieder heute überzogen, aber... Hauptsache Spaß dabei. Du hattest mal einen Spatz. Oh, wie cool, Jelena. Erzähl mal die Geschichte. Wie bist du denn zu dem Spatz gekommen? Oh, Tweety. Das ist ja cool. Hast du den auch gerettet? So, jetzt gehen wir auf die Hautebene. Und die haben wir hier. Und machen da eine Klippmaske draus. Na, Moisin, was ist los? Du magst das Licht nicht, ne? Der reinste Erholungs-Stream heute für mich und anscheinend für dich, Juli, auch. Jedes graue Haar ist gewichen im Laufe der Zeit. Ich wünsche allerseits einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Kniebelchen, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir ein ganz schönes, entspanntes Wochenende. Lass es dir gut gehen und bleib gesund. Bis bald. Ja, hol dich gut. Haut. Genau. Oh, wir haben ja hier bei den Pusteln ja noch gar nicht den 3D-Effekt. Der diesmal, glaube ich, auch ein bisschen mau ausfällt, weil hier sehr viel Schatten ist durch die Haare. Aber hier vorne zum Beispiel, da kann man ruhig draufknallen. Hm, es freut mich, dass du dich hier... Ich hab gehört, da gibt's ein fette, fette, fette Party. Kung Fu Skal! Ja, Moin! Einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Na? Ich hoffe, dein Tag war bisher in Ordnung und du hast nun einen guten Start ins Wochenende. Und Dankeschön für deinen Support. Ähm, eine Krähe? Würdest du dir den Chaos perfekt machen, wenn wir dich zusammentun? Wir haben keine Essens... Ha, ja, genau! Naja, haben nicht direkt. Ich engagiere mich bei einer Wildtierrettung. Ah, und bei einer Wildtierrettung. Guck mal, mit allen möglichen Tierenkontakt. Ich kann ja... Ja, du hast eigentlich recht. Vernünftig wäre da wirklich so. Was ist, Mamokolo? Mein Hobby. 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 Na, wie war dein Tag? Wochenende, Melli! Na, wie hast du geschlafen? Vor allen Dingen hattest du auch so merkwürdige Träume von komischen, krabbelnden Babys? Und hast du die Clips gesehen von deinem Hintern-Dance, als du gestorben bist? Das war so gut. Das war so gut. Was sind denn hier die Haare? Ach, hier. Hast du gesehen? Das ist so geil, oder? Wie das Vieh da rumgekrabbelt ist. Hast du das eigentlich gesehen, als du gestorben bist? Oder hast du jetzt in dem Clip das erste Mal dieses Vieh gesehen? Oh, das sah aber auch creepy aus, ey. Himmel. Ich bin nachher im Rang einrankend verabredet mit Morgi. Aber ich weiß noch nicht. Ich muss erst mal was essen und mich ein bisschen ausruhen und so. Danke. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Jetzt ist ja die neue Season gestartet. Oh Mann, oh Mann. Hey, look! Sich einranken. Genau, wir müssen uns einranken lassen. Einranken. Ich habe so viel Blödsinn heute Nacht geträumt. Aber ich weiß leider nicht mehr, was genau ist. Hat auf alle Fälle irgendwas mit so einem Geistern zu tun. Oh, nee. So, jetzt haben wir beim Einschlafen noch die übelsten gruseligen Geräusche gehört. So, jetzt machen wir die Outlines noch farbig und dann sind wir damit auch durch. Dann haben wir das schon wieder im Kasten alles hier. Oh, ein bisschen Schatten brauchen die Gummihuhnhaut pusteln. Auch noch. Lass ich mal ein bisschen Rot nehmen hier. Oh. Öffnen. So, das brauche ich nämlich. Brauche ich nämlich gleich. So. Hallöchen, Kuchiru. Moin. Einen schönen Freitag wünsche ich dir. Der ist nagisch aus dem Nest gefallen. Oh Gott. Ich habe ihn gefunden und ihn an der Popschachtel im Auto nach Erfurt transportiert. Servön und ich haben an Rastplätzen Halt gemacht und Regenwärmer gepflückt. Oh Gott, ist das niedlich. In der Halskuchen popfen mussten. Er hat dann in unsere Küche gebohnt und ist uns morgen immer auf die Schulter geflogen. Oh Gott, wie schön. Irgendwann haben die einfach das Fenster aufgemacht und ist, oh, ist das eine schöne Geschichte. Guckt mal, der wäre ohne euch wahrscheinlich nicht mehr lebensfähig geworden oder hätte es geschafft. Oh, ist das schön. Das freut mich. Hast du Fotos von ihm und euch vielleicht? Kunst. Ja, Kuchiru, Kunst. Ein bisschen im Lörg neues Handy einrichten. Oh, da wünsche ich dir viel Spaß dabei, Ria. Wieder dieses Streitereien und Kindereien bei einem... Oh nein. Zu viel Versmo gespielt oder geschaut. Definitiv. Im Fotoalbum? Auf meinem Discord, Jelena. Oh, da muss ich dann gleich mal gucken. Oh. Tool. Wo war ich denn jetzt? Ach ja. Oh, da freue ich mich schon. Oh. Hey, Luke! In unserem Fotoalbum. Also auf Sevens Discord. Aber ich kann welch davon machen, wenn du magst. Musst du nicht extra. Also das ist kein extra Aufwand, um Gottes Willen. Dann gucke ich einfach im Fotoalbum von Sven. Wie nennt sich denn der David Verschnitten? Ja, bis jetzt haben wir noch keinen Namen. David Huni. David Bohuni. Bohuni. Vielleicht. Oder auch nicht. So, die Zähne. Er wird ja... Im Endeffekt wird er als Subbatch dienen. Da habe ich ja jetzt schon drei fertig. Und das ist jetzt quasi der vierte im Bunde. Und nach dem ist jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe. Also nächste Woche werde ich mich wahrscheinlich einigen Wunschbildern widmen. Damit ich das auch fertig habe. Die würde ich nämlich gerne dieses Jahr noch... Ja, erledigen. Oh, was habe ich denn gemacht? Das war jetzt völlig für umsonst. Und Jelena, drück mal den liebsten Sven nachher, lieb von mir. Ach Mensch, tut mir so leid, dass es ihm heute so schlecht geht. Sag mal. Uh, da ist ja der Meister. Da ist ja der Meister. Tag, Meister. Wie geht's denn so? Oh, ein bisschen zu krass, glaube ich. Dankeschön. Das ist lieb. Ich hoffe, dass es ihm am Wochenende besser gehen wird. So, Schatten für die Pusteln. Oder was auch immer das ist. Da können wir doch auch irgendwas tun. Oder, Benjo? Können wir da was tun? Nee, damit das ja ein bisschen dreidimensionaler aussieht. Ja, ne? Das sind ja Pusteln und die werfen Schatten. Oh, hier hinten sieht man gar nicht davon. Muss ich mir ein bisschen dunkler machen. Joa. Ah. Ein bisschen zu. Zu schmuddelig. Oh. Was? Die Wimpern. Das ist immer so lieb, wenn er mal meine Wimpern putzen will. Aber ich putze meine Wimpern lieber... Selber, Benjo. Selber. Das könnte ins Auge gehen. Ich weiß, das ist lieb gemeint von dir. Was? Fügen Sie einfach mehr Dimensionen hinzu. In Wirklichkeit will der dich frösseln. What? So, ihr Lieben. Oh, die Blase, ey. Die Blase melodiert gerade das Lied vom Tod. Moment. So, mal gucken, was hier gerade los ist. Auf dem deutschen Kunstmarkt... Auf... Bitch. Ähm... Bam, 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 bam. Äh... Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich... Wenn ich mal muss. Die Noppen sind Gänsehaut. Ah, genau. Ja, es ist gerupft, das arme Gummihuhn, ey. Klugscheiß hat jetzt... Ähm... Nicht über Western-Soundtricks. Oh, Mann. Ähm... Jetzt ist die Frage. Wollen wir jemanden überraschen, den wir noch gar nicht kennen? Also einen kleinen Art-Streamer, der noch nie was von uns gehört hat und den wir gleich ein bisschen schocken können? Oder wollen wir zu jemandem gehen, der... Ähm... Den wir kennen? Stimmt, das ging anders. Was war denn das? Aber es ist auch gut und passte. Das ist auch gut und passte. Ähm... Ich guck mal hier so rum. Ich hab hier halt auch echt super wenig angezeigt, gerade bei mir. Ein Zuschauer haben wir hier schon mal ein paar. Ähm... Wollen Sie sagen, ich wäre ein Arsch? Menschen mit Niveau nennen mich Butler. Ich würde mal sagen, wir gehen... Ach, wir gehen jetzt einfach zu Megumi. Wir gehen jetzt einfach zu Megumi. Wir machen es nicht komplizierter, als es schon ist. Die Blase wird es mir auch danken. Wollen wir jetzt hier noch weiter rumsuchen? Sie macht bestimmt wieder ganz wundervolle Sachen. So, ihr Lieben. Ich danke euch erstmal für diesen wundervollen Stream heute wieder. Es war mir eine Freude mit euch, das Wochenende einleiten zu dürfen und zu können. An diesem Vormittag, Mittag und Nachmittag. Na gut, vom Vormittag hatten wir nur ganz, ganz wenig. Aber nichtsdestotrotz, es war sehr, sehr schön. Wir haben sogar auch ein bisschen was geschafft. Wir haben uns noch ein bisschen mit Anna und Tommy beschäftigen können. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für all euren Support, für eure Zeit, für die Follows, für die Hauls, Supports, für die Raids, für die Abos, für die Geschenk-Abos, für die Donations, für die... Und jetzt wird's grovi bei der wundervollen Megumi. Lasst es euch gut gehen am Wochenende und das Wichtigste, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Genau, wir werden uns dann hier wiedersehen, nächste Woche Dienstag um 10.30 Uhr geht es hier wieder los, ne? Altbekannte Zeit. Und nun düsen wir zu der lieben Megan im... Macht's gut, ihr Lieben. Bis Dienstag. Ciao, ciao. Ein schönes Wochenende euch. Tschüss. Du musst ein Glas aussehen, ne? Dann klappt es auch ihrem Nachbarn. Wir erreichen glücklich unseren nächsten Halt. Von allen Fahrgästen, die hier aussteigen, verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung Hinten. Ich bin furchtbar enttäuscht, dass das natürlich hoch und runter gesichert ist, copyrighted ist. Von allen Fahrgästen. Die, 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 die ist vor allem. Zumal. Vielen Dank.